einen wunderschönen guten abend ich hoffe euch geht's gut kurzer soundcheck passt das soweit alles irgendwie aus als hätte ich eine potato cam an aber nicht so viel besser sound passt wunderbar ich hoffe euch geht's gut hoffe ihr seid alle gesund oder zumindest fit ja ihr seht 20 uhr ich bin nicht die deutsche bahn ich bin pünktlich normal bin ich nicht pünktlich weil ich irgendwelche problemen mit den einstellungen habe aber der gute janik hat mir heute geholfen dass das alles wieder passt wir machen das heute ganz locker ich erzähle einmal so ein bisschen kurz von den anderen games dann schließen wir das ganze mit cs ab und dann gehe ich mal die fragen von twitter durch und natürlich wenn ihr noch was im chat habt in diesem sinne herzlich willkommen zur coinbase pressekonferenz lang ist's her ich habe mich letztens daran erinnert wir hatten mal eine relativ spontane gehabt als wir uns damals in was bucharest gewesen beim rmr qualifiziert haben leider konnten wir das von malta aus nicht machen wir hatten tatsächlich ein paar internetprobleme gehabt aber nichts desto trotz hat geklappt zu cs kommen wir später ich mache erstmal die kleineren games an der stelle auch danke hier an xorox und flo für die subs sehr nett von euch und noch mal grüße an alle die eingeschaltet haben ich mir das einmal hier rüber läuft so wir fangen mal mit unseren solo games an in diesem sinne mit packen sehr viel black unser sehr geschätzter weiter der seit zwei jahren fast bei uns ist und sehr wahrscheinlich auch ins dritte jahr bei uns geht eigentlich das schon durch aber es ist noch ein bisschen später konnte sich leider nicht für die tecken world tour qualifizieren hatte ein bisschen pech gehabt konnte dafür aber einen tag vorher hier in der lahn gewinnen sogar einigermaßen in nähe von mir in bad hersfeld und ja für ihn stehen jetzt ganz normal die weiteren turniere an und dann gibt es einen neuen anlauf für die world tour im nächsten jahr aber es gibt noch eine kleine chance im last chance qualifier und da werden wir natürlich auch hinschicken ansonsten kann ich euch nur empfehlen regelmäßig mal seine streams einzuschalten um ein bisschen runter zu kommen sehr entspannt und fighting games ist zwar viel auf die fresse aber ist auch sehr entspannt weil es eine coole community ist dann starcraft sehr erfreulich showtime hat sich für die dream atlanta qualifiziert konnte dort einige wichtige siege einfahren hat auch sehr starke gegner besiegt das heißt der wird im november in amerika sein bin ich ein bisschen eifersüchtig aber andere leute sind in rio ich nicht diesmal aber dazu auch später mehr dann haben wir trackmania da steht jetzt in naher zukunft das volvic charity race an diesem sinne post an volvic und dort habt ihr vielleicht schon auf social media gesehen sind einige größen mit dabei scrappy spam also alles leute mit denen massa schon seit ewigkeiten fährt wird auch einen coolen cast geben und ja dann werden noch ein paar announcement kommen für die nächste season die nächstes jahr startet und da kann ich euch versprechen kommt dann auch der ein oder andere banger mit dazu letztes solo game killsen quake weltmeister danach pause jetzt erstmal nichts anstehend sowohl killsen als auch sehr viel black und massa waren letzte woche beim partner day in in berlin gewesen war ein sehr schönes event dort konnten auch unsere partner und wir management mal ein paar runden tecken trackmania und quake spielen überraschenderweise bin ich in quake insta gibt ziemlich gut und entecken wenn ich immer nur button spamme und smashe ganz okay aber auch gegen leute wie fahrt oder so keine chance so pubg mobile wechseln wir zu den team games hat sich nicht für die finals qualifizieren können in europe eine super starke gruppe gehabt weil die auch mit zusammengelegt wurden die ganzen starken russenteams mit dabei von navi und tag und und ist nicht glaube ich ist ein bisschen schade haben nach wie vor trotzdem gute ergebnisse eingefahren aber da ist jetzt auch erstmal pause und dann schauen wir wie es da weitergeht dann haben wir natürlich noch league of legends die gerade im prime league supercup spielen bei so ein ähnliches system wie dfb pokal und da konnten wir obwohl wir am ersten spieltag schön reingeschissen haben am zweiten spieltag das ganze noch mal umdrehen und als belohnung haben wir jetzt die altherren truppe von nmo bekommen das wird hoffentlich ein sehr sehr geiles game ich freue mich auch die jungs sind aufgestiegen in die in die first div und ist natürlich ein riesen mehrwert für die prime league und dann werden wir mal direkt mit denen einen reality check machen wo denen ihre reise hingehen wird das spiel müsste am 25 10 sein also nächste woche dienstag ich vermute das spiel um 19 uhr dann geht es weiter mit big ekipa big ekipa hat ein bisschen scheiße am schuh gehabt da liefen viele sachen nicht und auch einige technische probleme da haben wir versucht zu fixen was geht wir haben es irgendwie geschafft uns in die playoffs zu lacken weil drei teams 2 zu 4 hatten in der gruppe was uns im endeffekt wieder ein top 4 placement beschert hat da geht es jetzt am samstag gegen das ungeschlagene superteam von nigma galaxy mal schauen ob wir da ein bisschen für eine überraschung sorgen können die mädels trainieren super fleißig wird natürlich sehr schwer aber wenn die tagesform stimmt können wir da auf jeden fall ein bisschen punkten also drückt den mädels auf jeden fall die daumen ich bin happy wenn ich ein paar leute von euch im chat sehe ich werde es natürlich auch angucken und nichtsdestotrotz auch wenn das jetzt nicht für die playoffs gereicht hat und selbst wenn wir uns nicht qualifizieren wir sind super zufrieden mit dem team und werden natürlich auch ins nächste jahr mit diesem line-up gehen dann bevor wir zu den anderen cs teams kommen es gibt super viele fragen von valorant fans wie es jetzt hier weiterlaufen soll das ist momentan noch nicht ganz entschieden in der tat haben unsere spieler super viele anfragen ein spieler zieht es sicher in die vct vielleicht habt ihr ein paar gerüchte gesehen da werden wir demnächst was dazu sagen und das ist auch ein wunsch den wir den spielern auf jeden fall quasi ermöglichen wollen und ihnen da nicht im weg stehen wollen ist halt sehr schade wir haben von anfang an sehr viel in valorant investiert und auch die leute die bei fati den streams waren und geschaut haben was er wirklich teilweise stundenlang abends noch erklärt hat wie das spiel funktioniert obwohl es keine demos gab er hat einfach ein vod review gemacht ich denke so ein investment hat es lange nicht mehr gegeben von spielern und von organisationen in die deutsche szene es gibt zwar super coole teams die nachkommen und an der stelle auch mal so kann ein bisschen name droppen angry titans attacks sind alles leute die jetzt mit drin sind in der szene und runter maus wird sich wieder ein starkes team bauen da bin ich sehr gespannt und es ist auch eine coole competition die da stattfindet ob das für uns da weitergeht können wir noch nicht sagen das hängt jetzt wirklich davon ab wie die angebote laufen es gibt ja auch die möglichkeit sich noch rein zu spielen nächstes jahr in die vct das heißt alle teams die ohne irgendein know how viel geld verbrennen wollen werden sehr wahrscheinlich dann versuchen sich die besten spieler vom markt zu greifen und sich zu qualifizieren da müssen wir gucken ob wir in den wettkampf reingehen wollen aber das erörtern wir mal weil wir haben noch ein bisschen zeit nichtsdestotrotz ich persönlich bin ultra krass enttäuscht gewesen und ich finde es auch schön dass die szene das sehr korrekt rübergebracht hat dass es nicht nachvollziehbar ist dass obwohl die neue vct in berlin gehostet wird kein deutsches team mit dabei ist gar kein dach team gerade auch wo wir mit den rowing beers den zweitgrößten fernclub in europa haben da frage ich mich ob die leute ihre hausaufgaben nicht gemacht haben aber das werden die wohl selber wissen und es wird gute gründe geben warum wir nicht drin sind aber es gibt auch sehr viele fragezeichen warum da teams drin sind die sportlich absolut nicht relevant waren in valorant und außer geld verbrennen nichts auf die reihe bekommen haben das werden die leute entscheiden die da zu entscheiden haben wir haben das akzeptiert und jetzt gucken wir halt wie es weitergeht nichtsdestotrotz ihr kennt unsere spieler das sind alles sehr sehr loyale leute gewesen und sind so heute noch und wenn es an mir ginge würde ich mir wünschen dass alle inklusivem coach in die vct kommen aber es sieht nicht so gut aus es gab auch sehr limitierte plätze ähm da schauen was da noch so passiert kommen wir zu league academy da spielt ja gerade unser alter freund tizian mit ähm läuft in der weplay academy league grad nicht so gut wir haben natürlich durch den kurzfristigen ähm einsatz von sinn bei uns im main team äh eine lücke zu füllen gehabt da gab es die option mit coach zu spielen da gab es die option neuen spieler zu holen aber in dem moment hat auch tizian abgesteppt und gesagt ich will das übergangsweise machen erstmal mal gucken wie sich das entwickelt das heißt er hat die komplette kontrolle im academy team gerade an sich genommen callt da arbeitet mit den jungs und ähm wird auch zumindest ähm jetzt erstmal die nächste zeit in dem team drin bleiben bis sich wieder was ändert und ähm ja also academy league ich meine gruppenphase ist total egal wenn wir in den playoffs kommen am ende über die placement games dann redet keiner mehr über die ergebnisse und ähm in der meisterschaft sieht es ganz gut aus es gibt auch für unser academy team noch eine banger news das ist aber erst ein bisschen später announced ähm bin ich auch ein bisschen eifersüchtig drauf aber die werden dieses jahr noch eine sehr geile reise machen und ähm da stand jetzt auch tizian mit dabei und auch an der stelle props an tizian der sich da wirklich den arsch aufreißen und gemerkt hat okay da brauchen leute hilfe und äh unser academy team das wisst ihr ist ultra wichtig für uns ähm deswegen bin ich da sehr zufrieden und auch der rest von big dass tizian mit dabei ist ähm ja kommen wir zur news oder zu der frage die sich alle stellen wie geht's joseph ähm ähm joseph wird dem blast showdown und auch das major noch aussetzen und danach schauen wir weiter wie es geht das heißt elias also sin wird die nächsten beiden events mit uns spielen ähm ich weiß dass das für viele vielleicht nicht nachvollziehbar ist aber auch ohne jetzt ein bisschen zu weit zu gehen ähm wir können nicht sagen wie josephs krankenakte aussieht aber fakt ist wir müssen einige sachen aufarbeiten die so nicht funktioniert haben dann nehmen wir uns auch ein bisschen in die pflicht und ähm ähm unser hauptziel ist natürlich joseph fit zu kriegen der junge ist 22 jahre alt ist mit die zukunft vom deutschen cs und wir brauchen ihn in top form deswegen macht er jetzt erstmal ein bisschen pause und äh wird mit uns ein paar sachen arbeiten das wird dann alles ein bisschen ich sag mal gesplittet weil roman fährt mit dem team nach rio ähm joseph wird mal nach berlin kommen müssen da haben wir ein paar spezialisten die drüber schauen können und dann gucken wir mal ob wir ihn relativ schnell wieder hinkriegen wir brauchen joseph und äh joseph ist ein ultra wichtiges bestandteil von unserem team deswegen müssen wir ihm da noch ein bisschen zeit geben weil das bringt uns nichts wenn er 1-2 event spielt und dann wieder ausfällt aber ich bin mir sehr sicher dass er zurückkommen wird und ähm wenn ihr ihn irgendwo mal unterwegs antrefft online auf social media lasst ihm ein paar nette worte da also wie gesagt äh joseph hat auch elias dabei vollstens unterstützt dass er eingesprungen ist und das ist halt auch wichtig weil also er weiß auch welchen stellenwert er für uns hat ähm aber ist halt gerade ein bisschen schwierig deswegen haben wir die sichere variante genommen und gesagt schon dich mal das training läuft wir hatten eh nicht viel zeit nach äh dem major qualifier ähm wir hatten drei tage mit elias trainiert dann ist elias krank geworden dann ist nils krank geworden und auch ähm ja also karim hat es ein bisschen leicht erwischt das heißt wir hatten eh ab tag zwei schon ordentlich handicap gehabt aber haben uns durchgekämpft am ende zählt einfach nur dass wir das 3-2 gemacht haben mir persönlich ist scheißegal ob du contender challenger oder legends bist ähm natürlich hängt das viel mit den kapseln zusammen für die spieler wenn du legends bist hast du glaube ich ein bisschen mehr einnahmen aber wir wollen aufs major kostet was es wolle und wir haben uns qualifiziert und ihr habt ja auch gesehen dass es andere teams wie g2 oder astralis die eigentlich ähm vom standing her und auch von den teams her besser sein sollten ähm das nicht geschafft haben astralis auch mit stand in und da sieht man auch wie gut unsere academy ist dass wir einfach elias kurzfristig reinwerfen können wir haben die nachricht von josef gekriegt dann haben roman und ich telefoniert und gesagt okay auch mit dem was er hat das er wird nicht komplett fit sein und danach laufen wir wieder gefahr dass was nichts wird und dann haben wir elias gefragt und der ist halt abends im zug noch hochgefahren und ähm dann mit drei beziehungsweise vier tagen vorbereitung so ins rmr rein auf dem rmr viel gearbeitet dann wirklich gute opener gehabt gegen sangal und gegen ähm vitality ist klar dass wir im best of 3 gegen ente und gegen heroic schwierigkeiten kriegen wenn wir eins von den games gewinnen sind wir legends haben wir nicht und dann müssen wir halt in einem super knappen game gegen k23 kämpfen ihr habt alle gesehen die haben ihr leben gegeben dieser rain war oberkrass und absolut insane was der mit uns gemacht hat ähm auch äh sex power oder x power oder wie auch immer er genannt werden will hat äh auf vielen maps gut performt also es war schon sehr sehr unangenehm und ich glaube die spieler haben sich sehr viel lob von uns allen verdient dass die sich da unter den umständen durch gekämpft haben wir haben danach auch mal fünf tage frei gemacht damit die leute sich alle erholen können und starten jetzt wieder seit ein paar tagen durch und äh grüße an alex der äh das mit og etwas souveräner gelöst hat als wir war übrigens cool also wirklich cool wenn man leute wie alex auf events nochmal trifft man kann sich eigentlich stundenlang unterhalten aber ähm er ist jetzt ein rivale gute kaka fu ähm ja wie gesagt die anderen games habt ihr gesehen also es war für viele schwer große überraschung für mich auf jeden fall auch gamer legion die mit einer kurzzeitig zusammengewürfelten truppe richtig gut gespielt haben und da war auch der erfolg ähm ich würde sagen so verdient erarbeitet dass sich da keiner drüber beschweren kann und mal gucken was das jetzt für g2 heißt ob da wieder irgendwelche wechsel kommen ich meine g2 hat eh grad ein bisschen kacke am schuh die carlos sache die valorant franchise sache jetzt haben sie das wellen roster aufgelöst der erste team nicht fürs major qualifiziert wenn du so einen kader hast und so viel geld ausgibst dann ist das wirklich ein problem wenn du das nicht schaffst und das ist auch das wo ich immer sage soweit sind wir in deutschland noch nicht um diese summen auszugeben deswegen der vergleich wo wir stehen mit dem was wir investieren und das was unsere spieler akzeptieren obwohl sie wo anders ihr kennt alle diese tapsen geschichten für face oder sonst wo für deutlich mehr kohle spielen können aber dafür kommst du dann halt wenn es nicht läuft in den abwärts strudel und bist einfach arbeitslos ab punkt x und das ist bei uns nicht so ja also das äh spiel hat auf jeden fall ein paar nerven gekostet gegen k23 und äh tut uns allen leid am ende haben wir uns qualifiziert und es hat auch ein bisschen gedauert bis wir das so nachvollziehen konnten weil das echt auf die ähm substanz ging und äh ja also ich bin happy rio steht jetzt an wir spielen es mit elias training läuft soweit ich weiß ganz ordentlich aber das hat nichts zu heißen ähm und es sind auch glaube ich fast alle in berlin außer nils und floh die müssten glaube ich nächste woche kommen und dann fliegen die jungs zusammen von berlin via paris nach rio mit einer sehr angenehmen verbindung mit airfrance wenn ihr das mal tracken wollt ähm ja habt ihr soweit irgendwelche fragen zu dem was ich bisher so erzählt habe wo wir in die koffer landen da bin ich über frankfurt fliegen haben wir hohe chancen dass es funktioniert hier nochmal bei dir bitte nochmal achso ja ich habe es gesehen aber ich glaube es war einfach nur missverständnis das passt schon das gibt es eher als VUD ähm aber danke für den hinweis ich habe es auch zu spät gerafft und grüße an daniel auch und glückwunsch zu äh der leistung die ihr auf dem major bzw. major qualifier vollbracht habt wir haben ja schon vor ort ein bisschen geschnackt ähm zack ja die frage wurde schon beantwortet äh sin spielt blast und äh das major muss big jetzt wechseln damit ist die frage auch beantwortet wir müssen temporär wechseln ja hat sind die eins zu eins rolle von felfen übernommen überwiegend ja bisschen haben wir umgestellt ähm aber ja wann kommt smash ultimate sponsoring also es gibt ja einen coolen typen den ice ähm weiß gar nicht ob er noch aktiv spielt aber ansonsten halten wir uns aus smash erstmal aus bei king mano hat jeder angebote bekommen also alle spieler try out momentan überall in valorant und ähm ist auch okay von uns aus wir haben gerade eh nichts zu spielen wahrscheinlich werden wir deswegen das red bull turnier nicht ganz schaffen können weil wir da verpflichtet sind 60 prozent des lineups zu haben mit dem wir uns qualifiziert haben was ist mit der astralis geschichte steht da in zusammenarbeit an und zu teasern was da ansteht ne wir haben zusammen werbung für rom gemacht falls du diese winter post gemeint hast und astralis ist immer regelmäßig mit ihrem league team zu uns ähm ins office gekommen um da zu bootcampen bevor die ähm ähm äh gespielt haben also geschäftlich sind wir mit astralis äh ganz gut wie auch mit einigen anderen aber da ist sonst keine trades oder irgendwas ist halt ein cooles sponsoring äh gewesen was wir da zusammen gemacht haben für die neuen oben pc äh äh könnt ihr auf youtube mal checken bei beiden kanälen hat sogar den spielern bock gemacht war im astralis nexus in ähm kopenhagen und das haben wir damals direkt nach blast gemacht wie sieht es mit dota 2 aus für die zukunft also ich hab so ein bisschen die philosophie dota und league geht gar nicht eins von beiden und ich fahr schon ein bisschen mehr auf league ab ich glaube wenn wir ein dota team haben verlieren wir tapsen und gop ins dota team das sind absolute geeks und wahrscheinlich werden wir auch kackafu dann zurückholen aber wir brauchen einen der ein bisschen geflamed wird weil er kacke ist im game so äh wird tizi mitfliegen nach rio ne also man muss auch sagen wir können jetzt einfach wenn was passieren würde josef einwechseln also josef ist noch als fünfter spieler bei uns gemeldet und elias ist nach wie vor der sub und die regelung ist du kannst du diesen spieler pool benutzen ähm bei major das heißt wenn jetzt noch einer ausfallen würde würde josef mitfliegen und ähm bei blast könnten wir ja noch jemand anders mit einwechseln da hat man zwei subs aber major ist immer nur einer also entweder der coach oder dein substitute und mit denen wo du dich qualifiziert hast mit den sechs musst du auch dann dahin ähm elias war ultra pumped gewesen ähm glaubst die positive energie macht noch einen einfluss ja auf jeden fall also es ist schon ein unterschied ob du ob du lange auf der großen bühne spielst sag ich mal anführungszeichen und gerade bei so einem wichtigen turnier oder ob du da reinkommst und so auch so ein bisschen die chance deines lebens hast du weißt jeder schaut auf dich der druck ist nochmal höher dann musst du jemanden ersetzen der sehr viel stärker ist als du und das kann ich bis in seine fußstapfen zu treten aber elias ist auch bei so sachen ultra entspannt und er macht sich gar nicht so viele gedanken der macht sein ding einfach der hat auch keine angst die duelle zu nehmen selbst wenn er verliert und deswegen kriegt auch keine flames von uns er hat gute games gehabt er hat ein bisschen schwierigeren maps gehabt aber ihr dürft doch nicht vergessen er ist einfach von null auf hundert da rein und ich finde dafür dass ich sehr gut geschlagen und er hat es auch geschafft sich direkt einfach so mit einzubinden hat einen sehr aktiven part mit übernommen es hat natürlich auch vorteile dass er mit nils zusammen gespielt hat dass er mit karim zusammen gespielt hat und das war schon sehr angenehm ihn da einzubinden meinung zur config sache wo wird er landen nach der auflösung mit astralis also ich glaube richard lewis hat das geschrieben er ist jetzt so glaube ich der krasseste free agent auf dem markt und wenn du jetzt nach ergebnissen gehst muss g2 eigentlich huxi rausnehmen dann wird vielleicht nico wieder callen oder vielleicht erbarmt sich jemand anderes im team hunter kein plan ich könnte mir vorstellen dass g2 den move macht das da wird auch noch was passieren das ist sehr interessant dazu die tage mehr ist schon ja er wird wo unterkommen und keine ahnung es gibt er hat ja auch ein tweet longer geschrieben ich habe den gelesen ich habe jetzt fünf jahre mit dem nicht wirklich auf events gearbeitet oder gesprochen weil wir auch ich glaube das letzte mal wo wir relevant gegeneinander gespielt haben war jetzt als er bei astralis war und davor als er mal bei optik war und dazwischen fast gar nicht ist kaum aufeinander getroffen dann tauscht sich nicht viel mit den leuten auf ich bin der meiner war schon immer ein bisschen polarisiert aber ist auch okay weil er hat auch delivered und ich wünsche ihm einfach dass er so einen cut für sich machen kann und wieder ein gutes team findet und weil er ist einer der besten spieler von dänemark steht außer frage kann big non sub nachmelden das roster lockt julius das ist lockt also wir können keinen mehr nachmelden aber wir haben josef der eingreifen könnte und gop ist nicht spielberechtigt nochmal um zu wiederholen gibt es große bedenken vor heimischen brasilien publikum 7 1 zu spielen ein was sie als team aus dem turnier zu kegeln also die opening games wurden ja schon bekannt gegeben wir spielen dann gleich mal gegen furia deswegen moin brasil ich hoffe also ich habe so ein bisschen bauchweh ich habe damals die I am bello horizonte miterlebt und auch die sachen die bei space soldiers passiert sind da wurden spieler geschlagen geschubst angespuckt eigentlich ohne grund das war so eines der ersten events von space soldiers mit ähm finde ich sehr sehr schade dass ähm ich weiß nicht das muss einfach nicht sein also ich habe auf jeden fall auch ein bisschen bedenken aber die esl wird schon ein gutes sicherheitskonzept machen ähm es wird nicht so chillig sein wie in köln oder vielleicht wie bei events in amerika man muss halt von anfang an da klare regeln kommunizieren und sich auch darum kümmern dass die eingehalten werden danke dir freshi ja also auch nochmal zu elias was zu sagen er hat uns alle positiv überrascht und es sind nicht immer nur stats geht auch einfach so wilder spieler gewinnt was macht er alles dafür und ähm man kann ihm gar nichts vorwerfen er lernt er muss viel lernen aber er hat auch bock drauf und wenn du bock drauf hast und er bringt ja eine gute eine gute menge an skill mit dann ist das schon eine gute kombi und das zeigt auch wie gut deutsches cs aus dem nachwuchsbereich sein kann ähm also und also für die die noch reinschreiben ich werde nichts zu safe kranken geschichte sagen einfach er braucht ein bisschen hilfe er braucht ein bisschen zeit und wir machen das mit ihm zusammen kriegt bald im clash royale e-sports wir waren schon drinnen und ich bin froh dass wir wieder raus sind zuschauerzahlen sind nicht so geil kompetenz nicht so geil wir haben echt coole spieler gehabt mit schwarzen und reichert und das waren super jungs die auch zu uns gepasst haben aber auch mit dem publisher es ist einfach langweilig und nichts passiert die roster fragen habe ich da alle schon beantwortet und es gibt immer ein paar leute die das auch im chat nochmal netterklärend dann trudo wer ist der zweite sub bei blast halb der relativ sicher dass es halb das macht auch sinn mitzumelden wenn der flow ausfallen würde oder so dass wir nicht in 10 zwischen müssen da würden wir schon rollenbedingt die gleichen leute tauschen also die gleichen positionen bringen ich hoffe wann kommen denn die sticker weißer seiner kartoffelbart weil das jetzt geschrieben hast kommen die heute ich habe gar keine ahnung heute nacht vielleicht man wird es sehen coach autograph kapseln keine ahnung mir die aber wäre schon mal cool wenn die coaches generell reden dürften ich glaube fahrt ja das nicht wirklich genossen was da passiert ist er wird hat auch ein paar warnings gekriegt und ich weiß wie er ist er will auch er ist ja nicht mal vollmächtigte emotionen zu zeigen und ja also es ist schon sehr schwer für jeden coach der seinem team nicht mal auf die schulter klopfen kann was gut gemacht hat das ist lächerlich reden wir nicht drum herum ist einfach lächerlich ähm wird sev nach rio wieder spielen hatte ich vorhin gesagt wir schauen wie es ihm geht aber ist auf jeden fall so geplant paul denkst du ein europäisches team wird sich boomblock krallen ich weiß gar nicht in welcher form er so ist ich muss sagen die russchen teams beziehungsweise die cis teams haben ultrakrasse auf dem major gespielt gibt einige gute talente auch kairon der deutsch spricht hat sehr gut gespielt obwohl die 0-3 gegangen sind ähm ich weiß nicht ob ein europäisches team ihn braucht also wenn dann g2 wenn sie wirklich ein igl haben wollen aber ich glaube die werden nie zufrieden sein wer auch immer als igl kommt und vielleicht lösen die das einfach anders und äh ja zur konfig ich finde es auch nicht okay wie es gelaufen ist man hat als orc auch so ein bisschen eine verantwortung und astral ist bei so sachen sehr sehr schlecht also mein counterpart da Kasper Witt heißt er der war ultra krasser sportler gewesen ich habe gar keine lust mit dem typ zu reden der weiß nicht wie es funktioniert der ist absolut fehl am platz und das wäre die erste person die ich austauschen würde bevor ich einen spieler austauschen würde also ganz komischer vogel und das sind auch genau so leute die teams und organisationen kaputt machen aber das ist nur meine meinung vielleicht sehen das andere anders aber nichts für mich kein kollege kein kollege wer fliegt alles mit nach rio also vom staff auch also fliegen roman es fliegen die frau oder sohn vom chef bisschen unterstützen bliszy fliegt mit auch so ein bisschen da unten mal zu gucken was so abgeht und unsere beiden content leute jan und max die euch wieder sehr viel mit living big content versorgen werden und ich hoffe auch dass euch der aktuelle content sehr gut gefällt weil die stecken wirklich viel mühe rein und uns gefällt es ganz gut ich glaube deswegen sieht das produkt auch so cool aus und und hoffen wir mal dass noch viel mehr episoden von living big kommen an der stelle auch danke an jan und max also unser content ist echt cool und wenn ihr auch verbesserungswünsche habt könnt ihr auf jeden fall immer mal jan anschreiben auf twitter dem kobe ähm der nimmt sowas gerne an so wie zufrieden sind wir mit der leistung von ekipa in der impact league zwar weiter kommen aber nur zwei best of streets gewonnen ja war ein vierer losing streak ähm ist natürlich nicht so angenehm irgendwie haben wir es gelackt uns zu qualifizieren weil die anderen teams auch nicht gut gespielt haben aber ist auch ein bisschen leergeld was wir bezahlt haben unser team ist ultra jung 20 21 Jahre außer mariam die neue spielerin und die hat nicht so viel competitive erfahrung äh wenn es jetzt auch so nicht geklappt hätte für playoffs dann wäre es jetzt auch kein beinbruch gewesen also wir sind overall sehr zufrieden wir sehen wie die mädels trainieren und ähm ich bin sehr zuversichtlich dass wir da langfristig gut aufgestellt sind ich würde mir natürlich wünschen dass irgendwann nochmal ein deutsches female team kommt wo wir generell mal wieder geile deutsche spielerinnen haben ähm weil ähm weil ähm die letzte city damals mädels wie beyond ähm 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 na ähm 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 niki und wie sie alle hießen aufgebaut haben da sind wir ganz weit weg davon und das ist sehr schade ähm 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 was passiert wenn zwei leute aus dem team krank sind und nur zu viert antreten können free win für den gegner das wenn du zwei ausfälle hast die nicht spielberechtigt sind 4 und 5 wird es nicht geben dann hast du das spiel verloren grüße auch an jana so ich bin wahrscheinlich wieder ultra weit zurück im chat sorry ihr wisst ich bin alt und langsam ähm ähm so weil wir aber die juckt halt auch nichts deswegen könnte beides besser sein ähm konfig zu sprout ihr habt es dann hier gehört von daniel confirmed schon ähm und der zu astralis läuft dene für dene kein dummer dene guter dene guter trade könnte das neue game omega strikers zukunft haben manu ich habe noch nie von dem game gehört bitte verzeih mir wie ist die zukünftige planung für academy will man das aktuelle niveau halten was ja bestimmt finanziell anspruchsvoll wird oder wird man spieler versuchen zu transferieren die sich gut entwickeln die absehbare zeit nicht ins main roster können also unser academy team ist jetzt schon finanziell sehr anspruchsvoll und auch aus guten grund und gerechtfertigt aber wir haben auch sehr gute partner dafür die das mittragen und wir wollen natürlich das niveau halten das ziel muss es sein die besten deutschen talente bei uns zu haben und sie soweit auszubilden dass wir wenn daniel noch hier ist daniel nicht so viel ablösesumme geben müssen deswegen hat er jetzt auch dänische spieler damit wir die nicht kaufen ich habe die strategie schon verstanden aber insgesamt würde ich mir natürlich wünschen dass mehr deutsche spieler in der top 20 top 30 aktiv sein werden das ist auch langfristig möglich so könnte xantares irgendwann wieder zurückkehren xantares spielt im türkischen weg ich glaube da würde gar nicht zurückkommen wollen aber ja wir sind alle gut mit jan und ist auch cool immer wieder auf events zu sehen deswegen never say never aber aktuelle sind never so okay die vlogs gefallen euch das ist schon mal cool ähm ich finde auch die qualität sieht geil aus max hat irgendwelche bilder von uns gemacht beim tennis spielen da sah ich echt aus wie ein profi und ich bin echt kacke im tennis ähm ich muss schon sagen ähm die leute haben es drauf und es kommt dann auch cool rüber aber irgendwann werde ich jan mal richtig vermöbeln müssen der provoziert mich immer er kommt zum falschen zeitpunkt ja blizzard würde ich natürlich wünschen dass der in rio sub ist aber bevor ich den melde anspielt lieber die frau vom chef dann geht die neue season der ooo league los ich glaub gar keine vielleicht weiß traulern das was unser anspruch bei major real squiller ich würde sagen wir denken von stage zu stage wir sollten uns erstmal für die für die legend stage qualifizieren und dann weiterschauen der anspruch muss sein dass wir da rauskommen aus der challenger stage und dann schauen wir weiter so Albi macht big bald ein event in berlin wo man eure lineup background stuff treffen kann zweites würde ich persönlich mehr feiern ist ist halt nach wie vor noch corona und du weißt als fleißiger arcadia besucher das hittet sehr oft ist ein bisschen schwer das umzusetzen aber wir werden ein anderes projekt angehen wo man mehrere leute von uns in einem regelmäßigen abstand treffen kann aber das ist ein thema für nächstes jahr wird aber cool also so ich will nicht zu viele banger announcen weil das dauert bis manche kommen und wir reden hier nicht über neues jersey sondern schon über sachen die sehr viel aufwand und arbeit erfordern was unsere meinung zum teamformat in der trackmania grand league müsste jetzt neuen zweiten spieler sein ich finde das neue system sehr gut es ist schade dass andere verdiente teams die jetzt auch da reingekommen sind investiert haben rausfliegen ähm und ja wir müssen einen zweiten spieler sein und wir werden ein sein der zu uns passt warum gibt es eigentlich keine mixed teams frauen und männer in einem team ich glaube das ist so eine so eine endlose unnötige diskussion ähm also nicht weil ich denke nicht weil ich denke dass du leute damit triggern willst sondern weil es halt nie so richtig beantwortet werden kann dem steht regeltechnisch nichts im wege also es spricht nichts dagegen manche leute wollen nicht andere sind vielleicht nicht gut genug und die die gut genug wären sind so verbrannt weil das internet einfach ein dreckiger ort ist dass sie sich nicht trauen diesen schritt zu machen und da wird noch sehr viel aufklärungsarbeit nötig sein bis sowas besser wird ähm danke dir Sintoras für den für den Sub die Liebe raus ähm ja Thema BigVeterant äh Moos habe ich schon gesagt das können wir aktuell noch nicht sagen Status Quo ist dass viele spieler oder alle spieler von uns gute Angebote haben es wird einen spieler in die VCT ziehen mindestens einen und ähm ja mal schauen wie es weitergeht ist nicht ganz so einfach und auch für die die sich jetzt irgendwie bei gang fühlen äh das gibt es auch nochmal als VOD also keine Bange Gibt es vielleicht schon langfristigere Pläne welche spieler für das Nachwuchsteam künftigen des Sands oder habt ihr spieler die auf dem Radar habt Herr Hotz ähm dank der krassen Statistiken auf 1hp sind wir sehr gut vorbereitet ne wir haben auf jeden Fall einen Plan also ähm wichtig ist jetzt erstmal dass das Team zusammenwächst und zusammenhält und ähm das werden wir auch ja was soll ich sagen natürlich geheim halten aber wenn mal Leute wegfallen oder wenn jetzt zum Beispiel jemand den wir eventuell nicht im im Main Team sehen äh irgendwo hin transferiert wird dann werden wir auch gute Lösungen dafür haben und die werden auch national bleiben zumindest deutschsprachig so ja also wenn die Leute eure spieler wollen habt ihr auch gute Picks und gute Arbeit gemacht hat wahrscheinlich besser als die anderen die es verpennt haben und auch ein bisschen Credit geben buchen wir das Hotel selbst in Rio oder gibt es ein Hotel für alle Teams von der ESL also die Teams werden 5 plus 1 5 Spieler plus Coach von der ESL gestellt den Rest müssen wir selber dazu buchen inklusive ähm Anreise das machen wir alles die Spieler und der Coach kriegen alles gestellt richtig das Turnier wenn das stattfindet dann werde ich um den Titel spielen Leute was ist deine Meinung zu den Finals eher Best of 3 oder Best of 5 ähm da es kein Lower Bracket gibt bin ich der Meinung dass ein Best of 3 Finale absolut reicht Best of 5 ist schon hart ich bin eh nicht so der Best of 5 Freund bei League ja aber bei CS ne also wenn ich es aussuchen könnte immer Best of 3 Kuria da was sagst du zu den immer was sagst du zu den Cheater Behauptungen von ESIC ich habe es gelesen der Typ ist ja nicht mehr da aber es wird nichts passieren weil sich keiner drum kümmert und weil es keinen juckt wie immer ESIC ist auch für das Handling mit den Coaches und wie das alles danach gelaufen ist für mich persönlich genauso wie die CSPPA gestorben beides absolut nutzloser Trash Felix wird zweiter Fahrer wer sagt dass Felix überhaupt involviert ist wir werden ihn wahrscheinlich sehen kennt ihr die Leute von Shangal it's something ja also mit dem Staff und mit dem Management haben wir uns auch vor Ort getroffen die kannten wir auch schon länger und die Spieler kennen wir eh ihr habt ja auch Robin also Scrunk Bones im Vlog gesehen Kyubi kennen wir der Coach war bei uns also Togux war bei uns Academy Coach gewesen ist guter Bekannter seit Ewigkeiten bei uns und ja gegen Füße haben wir schon oft gespielt gegen Soulfly noch gar nicht aber der Typ ist krass freut mich auch für ihn der hat fett gecarried auf dem RMR auch wenn es ganz knapp nicht gereicht hat am Ende und Corey ist glaube ich auch relativ decent wir haben einen guten Mix und ein gutes System und ich freue mich auch für Robin und für John dass die und natürlich auch für Toguy dass die eine gute Org haben und so arbeiten können ok V-Logs sind hammergut das was ihr den Max geholt war gut dass ihr den Max geholt habt echt geiles Upgrade ich muss sagen was mich gestört hat in Rio RMR dass du ja wenig Emotionalität vermisst also sehr monotoner Kommunikation nicht nur Match sondern auch generell so klar gibt es unterschiedliche Rollen aber du nimmst jeden so wie er ist also wenn Flo so gut spielt und sich so wohl fühlt warum sollten wir ihn ändern er ist halt einfach in der Hinsicht eine coole Socke und dann akzeptierst du das auch also wir hinterfragen das nicht wir sind fein damit und wir mögen Flo so wie er ist und jeder Spieler hat so ein bisschen andere Ansprüche wie so sein Alltag aussieht wie sein Balance aussieht zum Counter Strike und da ist Flo super super angenehm und umgänglich und also du nimmst das in Kauf wenn er so krass spielt das ist auch in Ordnung so dann fliegen wir nach Rio wir fliegen zweieinhalb Tage vor unserem ersten Game Grüße an Enrage Click unseren Coinbase Summer Cup Gewinner und Teil MVP ja und ey weil es auch gerade hier Lotkin schreibt über Flo haben wir gar nicht gesprochen jeder der sagt der wäre ein Onliner ich glaube nach dem RMR so klein so klein Flo hat übertrieben krass gespielt und uns gecarried Jarosch natürlich auch aber Flo hat den fetten Unterschied gemacht und da freuen wir uns umso mehr weil wenn ein Spieler so runtergeredet wird auch von diesen ganzen Hobby Analysten die in ihren Teams in schlechtester Position waren egal ob das ein Maniac oder ein Pimp waren die absoluten Low Fragger wurden auch von der Community geflamed die die sprechen halt Zahlen natürlich hat er nicht gute Leistungen gehabt aber die waren jetzt ruhig Praise Zürsson so gut Zürsson ist insane ja das wussten wir vorher schon große Überraschung so Ape Wen siehst du als Finalisten auf dem Major? potenzieller Gewinner ich würde sagen Face und Heroic das sind für mich die beiden stärksten Teams ich weiß nicht wieso aber Heroic ist für mich das Team to beat Vitality surprised mich nicht die holen mich auch nicht ab mit diesem komischen Mix den die da haben und ähm Face wird irgendwann sehr einfach zu lesen sein und wir spielen eh gern gegen die ich hab so die Vermutung dass Heroic das macht und muss an der Stelle auch mal sagen Props an Cadian nachdem wir gegen die verloren haben wir schon ein bisschen traurige Sichter gehabt weil dann stehst du 2-2 und du hast keinen Platz mehr für Fehler und ähm er ist zu Taps gegangen nach dem Spiel hat ihn so ein bisschen geschüttelt und hat gesagt so ey ihr macht das morgen ihr macht das morgen glaubt dran und dafür kriegt er von mir auch viel Credit also sehr sehr gut ähm ähm geht das Preisgeld komplett an die Spieler bekommt der Coach auch was davon ab ähm normale Aufteilung ist eigentlich immer 10% Ork 10% Coach und dann 16% an die Spieler es gibt auch Orks die halten das ein bisschen anders aber das ist eigentlich eine faire Lösung ich bin danke dir für den Sub und auch Glückwunsch an euch für die Major Quali ähm was macht mehr Spaß ist anspruchsvoll ein Team in einem Closed-Circuit-Franchise nachhaltig aufzubauen und zu erhalten oder in einem semi-offenen System wie bei Valve ich finde das semi-offene System besser ich meine Major jeder kann aufs Major und das ist auch gut so ähm du kannst dich auch ohne dass du Franchise-Nehmer bist für die Pro League oder für die Blast ähm Hall Finals oder Spring Finals qualifizieren das ist auch gut gelöst und auch wenn's hart ist aber es gibt auch so noch genug Competition und du kannst dir eigentlich immer aussuchen wo willst du spielen wann willst du spielen DSL hat ein krasses Grundgerüst aufgebaut ähm wie du dich qualifizieren kannst auch über die Nationals und ich hoffe dass es auch langfristig noch ein bisschen besser wird Why are you guys keeping sin? Can you explain in English? Thank you Yes my friend I can do that ähm Raven is still out of order und äh for the next two events Sin will keep his spot and we will try to bring Faven back to his old or if it ever was like that back to old strength in terms of health so Lieblings ex CS Spieler für big hm also von uns Lieblings ex Spieler auf jeden Fall eigentlich Legia und von den big Spielern weil er einfach ein krasser mate war und du konntest jede Sekunde mit ihm lachen oder irgendeinen Mist machen und äh es war immer gute Laune wenn er mit dabei war und war jetzt der erfolgreicher Valorant Coach in Asien Nikola Ninic ich mag kein Asiatisch Lenz hol lieber Döner Coach in Singapur Hut ab aber gefällt ihm sehr gut hat auch eine gute Org und ansonsten ex CS Spieler man muss Lizzy wenn er hier im Chat ist wahrscheinlich bist du auch sein Fake Account tut mir leid das ist Roman Roman absolute Legende und auch bester Kollege so sehr viel die jetzt erst einschalten nach dem Announcement äh haben wir nicht so gut gehandelt sollte eigentlich auch auf einem anderen Kanal sein jetzt ist doch bei mir also sorry ähm aber ja nochmal kurz zusammengefasst für alle die auch jetzt einschalten Sinn ersetzt die nächsten beiden Events Faven Faven wird mit uns an seiner gesundheitlichen Geschichte arbeiten und wir wollen ihn zurück zur alter Stärke bringen und wir bauen auf Josef und ähm wir haben den besten Stand in dem man haben kann gerade dafür er wollte mich mal bedanken für das was ihr als Organisation leistet ihr macht tolle Arbeit und mich als Berliner extra stolz ja danke dir ähm ich hoffe im nächsten Jahr sind auch ein paar Sachen dabei in Berlin die dir gut gefallen werden und wo du dann die Leute treffen kannst hab's ja vorhin schon angeteasert und ähm Berlin unser Revier nicht meins aber äh vertreten natürlich auch BIG ohja soweit sind wir zurück geflamed ok ja ja Kartoffelbart ständige Online Offline Gelaber die Leute haben irgendwann nichts mehr darüber die erzählen können ne und dann das halt so wie die Bild-Zeitung machst du ein bisschen Sensationsjournalismus immer auf den Schwachen drauf dass alle schön mit drauf springen können das macht halt die Szene nicht besser und da gehst du auf Unterhaltung aber die Leute dass sie halt ihren Kram machen anders sind sie auch nicht mehr relevant ja Zeitbruch Kassert ist natürlich da auch nochmal ein anderes Ding den habe ich als Coach etabliert bei Maus dem werde ich mal den Ziegenbart lang ziehen beim nächsten Mal wenn ich ihn sehe für manche Kommentare kann froh sein dass er nicht auf Malta war naja vielleicht kann er ja G2 retten oder Y&K ok Gute Kombi Arbeit ihr eigentlich weiter mit Fabian oder einem anderen Sportspieler zusammen? Aktuell ähm nicht ähm weil wir ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen haben ist aber eher pausiert als aufgegeben und äh ist ein Thema was wir später nochmal angehen aber gerade bringt das nichts auch weil Fabi ultra eingespannt ist dann gucken wir mal wie wir es in Zukunft angehen was sagst du dazu dass zum Beispiel bei Insta nie wirklich mit der Community interaktiert wird ist mir schon öfter aufgefallen dass zum Beispiel nie auf Kommentare geantwortet wird das ist ein sehr guter Punkt Alex das werde ich auch einfach mal abfotografieren dass ich nicht vergesse weil ich bin ein Noob so zack danke für dein Feedback werde ich weiterleiten also wenn ihr sowas habt immer gerne mal raus ist für mich nicht immer alles nachvollziehbar aber wenn du das sagst wird das wahrscheinlich stimmen ähm 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 so so Call of Duty League hat heute alle Mages und Tournament von 23 öffentlich warum schafft weil wir das nicht also es ist schon ein großer Fail was die Kommunikation betrifft und weil du erwartest einfach gar nichts mehr wenn du irgendwann was kriegst äh Gockel bist du froh es ist so wir haben aufgegeben wir nehmen das was wir kriegen können wir nehmen das was kommt und der Rest nach komm halt ab brauche ich drüber reden die Aufteilung von der Stickermannikartoffelbart das ist zu sehr vertraglich das kann ich hier nicht offenlegen aber die Spieler kriegen den großen Teil keine Bange Chrissy dank dir für den Sub so der Brain gibt äh nachher auch ein BOD und wahrscheinlich werde ich es nachher nochmal beantworten habe ich schon ein paar Mal gemacht wie war die Organisation von der ESL in Malta Unterkunft Essen Anlage drumherum also ich habe natürlich die Kritikpunkte von anderen gesehen ich muss sagen mir hat das Hotel sehr gut gefallen mir hat die Anlage gefallen äh die Setups kann ich nicht so beurteilen das sollte man Spieler machen aber wir haben in unserem Prackraum genug Platz gehabt der war gut klimatisiert sehr hart klimatisiert wenn wir wollten Catering war bei der Pro League mit dem drumherum zum normalen Essen ähm nicht so gut aber beim RMR sehr gut da hat die ESL auch Feedback angenommen und ähm das Essen generell im Hotel also du konntest bei einem neapolitanischen Italiener dir Pizza selber holen die war nicht so teuer oder Nudeln das hat echt gut geschmeckt aber die ESL hat auch Catering gestellt wo du jeden Mittag vegetarisch vegan Chicken Schwein Rind oder Lamm essen konntest Suppen Pasta Salat Nachtisch in Form von Obst Nachtisch in Form von Kuchen Getränke was du trinken wolltest dazu außer natürlich Alkohol und es ist ein bisschen monoton weil du das gleiche Prinzip immer jeden Tag hast aber das hat qualitativ war das schon teilweise echt sehr gut auch beim Frühstück ist halt englisch ist Malta Eiersachen gut der Bohnen und Tomatensauce mag auch gut die Kartoffelplätzchen also Hashbrowns sehr gut die ähm anderen Sachen so diese Sausages und so eh nicht so geil aber das ist halt so dieses englische Frühstück englische Kolonie und so muss man ein bisschen Nachsicht haben aber sonst gab es auch noch Müsli Obst also Brot mit Aufschnitt dann haben die auch mal so Themenabende gehabt wo es dann so ein bisschen marokkanisch türkisch gab mit coolen Dips kann man sich wirklich nicht beschweren also ich finde es fand es nicht so fair wie das gelaufen ist die Top 3 der besten Spieler der Welt für dich also wenn es um Oldschool geht Neo Forest 6 wenn es um aktuell geht sei wohl simpel und mich überzeugt keiner also nämlich Tapsen hast du noch Kontakt zu den ehemaligen BP Jungs finde es schade dass Tess Neo damals zusammen nicht den Durchbruch hat mit polnischen Talenten bietet ja ähnliches Potenzial wie die D-Szene also die polnische Szene gerade im Nachwuchs ist ultra stark und ich verstehe auch nicht wie die da nichts draus machen können aber die haben halt auch keine gute Infrastruktur Neo spielt aktuell überhaupt nicht mehr ich weiß nicht was da los ist zu Tess habe ich noch losen Kontakt zu Pasha der hoffentlich auch bald mit seiner Pasha Gaming School in die Academy League reinkommt und das ist halt echt cool sowas fehlt auch noch aber ansonsten ja geht es so zu Kuben habe ich auch noch Kontakt der ist ja jetzt bei Apex vorher bei Mad Lions hatten wir öfters gesprochen aber das sind Freundschaften die ich gerne bewahre ist eine Rückkehr von Tizian möglich? Schaddox prinzipiell steht dem nichts im Wege denkst du Astralis schafft den Rebuild ich glaube schon dass sie es schaffen können du brauchst halt die richtigen Leute dafür ich hoffe jetzt nicht dass sie bei Sprout fahren aber wenn die Gerüchte stimmen sind sie das mit Device einig das heißt Falic ist raus dann brauchen sie noch einen Rifler ob das jetzt ein Stair ist bei Heroic werden sie sicherlich nicht fündig werden ansonsten schwer sie haben mit Zipnix verlängert Academy sehe ich keinen also wenn die so die Puzzleteile kriegen und einen guten Coach und dieser Kasper Witt mal in den Hintergrund verschwindet oder ganz verschwindet dann haben die auf jeden Fall das Potenzial es darf niemand in Teams reinreden der keine Ahnung von E-Sport hat und er denkt Sport ist krass Sport ist das gleiche das dürfen die Leute nicht machen die haben absolut keinen Plan die fragen sich wie das sein kann dass die CSGO Schedule so unflexibel ist weil du nicht weißt gegen wen du spielst und die raffen es nicht die raffen es einfach nicht ich war beim Partner dabei ja auf jeden Fall Kassert Confirmed Checker LTV öppeln Kassert Confirmed CHLTV Kassert Confirmed Checker LTV hm gerne eine News auch wenn du es vielleicht nicht abschicken kannst das wäre so lustig wäre es 6er Spiel bei Major Graphics in dem Fall wenn jetzt eine ausfallen würde Betongan danke dir für den Sub sehr nett hm was war die Entscheidung zwischen Sin und Tizian als Stand-in kann dazu was gesagt werden Blaze ja kann Tizian hatte 2 Monate Pause 0 Stunden in dem Spiel und wir haben uns dann entschieden einfach den aktiven Sub zu nehmen und Sin hat überragende Leistungen mit Academy Team gezeigt deswegen gab es da gar keine große Diskussion ähm aber in Zukunft wenn wir mehr Subs listen können werden wir sicherlich auch wieder TZ Listen sind eigentlich noch Female Team Jerseys in Planung ähm ja kann ich so viel sagen es kommt noch was cooles es kommt auch noch ein es kommt auch noch ein Team das ist ein bisschen ähm spannend was jetzt so passiert und wird auch farblich cool so der Handler was hältst du eigentlich von Lally Kellys ich bin 39 Leute gibt es sowas auf TikTok ich habe keine Ahnung wird es einen Sinn-Sticker geben oder einen Faven-Sticker es wird einen Sinn-Sticker geben aktuell hat Elias viel Vorbereitung für Rio Hunters ja ist seit ähm dem RMR durchgängig beim Team mit dabei und ist auch in Berlin Boko was genau hat Faven dann wurde er jetzt gebencht er ist nicht gebencht was er hat werde ich natürlich aus Respekt gegenüber seiner ähm Privatsphäre nicht sagen aber wir gehen das Thema mit ihm an und wir werden ihn auch wieder fit kriegen oder Lenz wann wird ihr Handy-Stativ endlich in Einsatz kommen ein Mann von Klasse ich habe es hier Technik-Lenz leicht kaputt ähm bei der Top 3 Gott sei Dank nicht Nico gesagt nee das hat er momentan nicht verdient aber ich ich schätze Nico als absoluten Top-Spieler wahrscheinlich wenn man ich bin natürlich ein bisschen dick sympathisant überraschenderweise wahrscheinlich müsste man es davon sagen klar kannst du was zu Valorant sagen warum hier zum Beispiel nicht gepickt wurde das Valorant non over ob es over ist wissen wir noch nicht aber wir haben auch keinen Grund bekommen warum wir nicht gepickt wurden das ist traurige Tatsache ähm 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 komm zum Major neue Jersey mit dem Anniversary Jersey gespielt das wird mit den Legendary Jersey gespielt wir nehmen die Fans mit ähm fragt mich warum Refresh da nie genannt wird irgendwelche Spieler zusammen zu schmeißen an das Major-Pass hinzuschleißen also diese Apex-Truppe ist für mich der größte Joke den es gibt unser Academy Team hat die zweimal lächerlich gemacht auf der Fragadelphia gegen Spieler die Major gewonnen haben die so viel Gehalt verdienen da kommen wir fünfmal im Academy Team in einen Spieler rein ähm nicht in alle aber in einen ähm äh Leute die es seit Monaten Jahren nicht mehr geschafft haben irgendwie zu glänzen so eine Lobby zu geben anstatt da wirklich mal einen Cut zu machen und auszutauschen das ist halt alles ein bisschen fremd gesteuert also peinlich und dann auch noch im Winner-Advanced-Bracket von der ESEA einfach rausgehen und anderen Teams die Chance nehmen das ist schon das ist schon ein neuer Low-Punkt also diese Apex-Org da könnte Kaspar Witt hingehen und da können die komplett weg Kaspar Witt der Handballspieler ja ich glaube der hat Handball gespielt äh äh denkst du dass Astralis Sprout für den Tausch von Steher und Farlick gefragt hat da ja gut also wenn Device kommt ist Farlick sowieso raus ich glaube nicht dass einer von beiden riflet und wenn Astralis schlau ist werden sie natürlich bei Sprout nach Steher fragen Top-Talent aber ich glaube falls Daniel noch hier ist das hat er vorhin auch schon gesagt oder auch öffentlich gesagt sie haben nicht so viel Interesse ihn abzugeben würde ich auch nicht machen vor allen Dingen ist das Sprout Team aktuell besser als Astralis wahrscheinlich so aber man kann es auch nachvollziehen wenn die besten dänischen Spieler irgendwann mal für die vermeintlich beste dänische Org spielen wollen ich sage extra vermeintlich weil Kaspar da hm ist Rocket League eine Investition wert für uns nicht also Rocket League und Rainbow Six ist Publisher Technik Technik und sehr naja wie soll man sagen schwierig und das wäre sehr viel Aufwand auch und dafür haben wir weder Manpower noch Zeit und ich sehe es auch ich fühle es auch einfach nicht ich möchte es auch nicht haben ich glaube wir möchten es alle nicht haben Belia schaut sehr entspannt aus dass er zum ersten Mal gegen Top Team spielt ja auf jeden Fall also er ist auch sehr pflegeleicht und das hilft ihm auch diese Lockerheit dass er gut klarkommt was muss ein Spiel haben um attraktiv für ein Org wie euch zu sein geht es dann nur um Reichweite der Cars oder gibt es öfters auch direkt Zusammenarbeit mit Partnern das kommt immer drauf an du willst natürlich die Mainstream Games haben du willst nicht zu viel die gleichen Typen von Games haben deswegen wäre jetzt ein neuer Shooter halt auch nicht gut für uns das ist immer so ein Zusammenspiel du musst das so ein bisschen abwiegen wer kommt mit dazu und was bringt das Game was hat das Game für eine Nachwuchsstruktur ist Deutschland weil wir wollen immer die besten deutschen Athleten haben ist Deutschland international konkurrenzfähig und dann muss man schauen wie das aufgebaut wird Daniels wird Zeit ein Stream du musst ihn ankündigen und umsetzen Trickspieler in der LTV Top 20 ich glaube dieses Jahr nicht da müsste schon noch sehr viel passieren Ulti was hast du bist du unser legendärer Valorant Spieler und Ex CSGO Legende falls ja gut falls nein auch gut danke ich hoffe dir auch ich weiß nicht ob du groß geäußert hast möglicherweise auch nicht aufgrund Irrelevanz aber das was bei Penta los war vor allem wie konnte ich so lange halten haben die diese Penta Geschichte hat ja im Sommer schon angefangen und das ist einfach nur eine Schande und das was Penta gemacht hat und auch Schätzke und sich halt so zu verpissen und keine Verantwortung zu übernehmen und ich war selber in einer Situation wo das gar nicht gut lief damals für mich aber ich habe halt zumindest gerade gestanden auch wenn ich dafür viel Scheiße schlucken musste die Leute entziehen sich halt ihrer Verantwortung die sind auch rechtlich nicht greifbar weil die mehr oder weniger ins Ausland geflüchtet sind ist sehr schade vor allen Dingen weil die Penta Lloyd Spieler überwiegend so wie ich sie kennengelernt habe auch sehr korrekte Leute sind und die so alleine zu lassen und halt auch so zu pokern mit denen in ihren Karrieren das ist schon unverschämt also ich hoffe dass das ein Warnschuss für alle Leute ist wenn die mal ein Angebot kriegen dann lasst sie einfach nicht worth it Edelhose Valo gibt es aktuell keine Zukunft können wir nicht viel dazu sagen die ganzen Tryouts laufen und ich kann am Ende nur anmerken dass so ein kompletter Roster Rebuild für uns keine Option ist dann kommen die Big Keeper Jerseys das Ding ist immer du musst für so ein Jersey sehr viel produzieren und dann hast du es halt gegebenenfalls im Lager also es ist ein Thema was anders gelöst wird demnächst bei uns ok der der geile Alex ähm dann auf jeden Fall Grüße du hast ja auch gesehen Alex leider wir haben Valo alles probiert ohne dich sind wir nicht in die VCT gekommen warum ist Mouya damals gegangen? Mouya ist damals gegangen weil er in einem überwiegend deutschen Team nicht glücklich war spielerisch war er gut genug aber hat auch im Team nicht so Klick gemacht und ähm das ist ein sehr guter Spieler aber auch ein spezieller Typ der auch die richtigen Charaktere um sich rum braucht und das hat bei uns nicht so gut gepasst aber den Cologne Run hätten wir ohne ihn auch nicht so hinbekommen und er ist zurecht ein lustiger Starspieler das hat er sich verdient du vermisst meine Kochkünste ich koch jetzt für meinen Sohn frei so äh äh was bei Penta passiert die haben die Lizenz entzogen bekommen weil sie die Spieler nicht mehr bezahlt haben und es stand im Sommer schon zur Diskussion ja jetzt ist es passiert denkst du Kovana kann international irgendwann nach vorne arbeiten wird schwer aber ich finde die neuen Lineup Changes ganz interessant die Frage ist wie ist so das Setup von den Leuten und ähm können die auch wie soll ich sagen können die auch das was die erreichen wollen umsetzen und wenn die so auf einer Wellenlänge liegen mit Timo ist natürlich sehr angenehm dass sie so einen erfahrenen Spieler der alles machen kann mit drin haben dann sollte das klappen aber mit Lord auch einen sehr guten Coach und ähm müssen sich jetzt halt hochgrinden das ist schwer mit null Punkten irgendwo aktiv in die Rankings zu kommen wird es bald Rosser-Changes für Kermit-Team geben also wenn Elias wieder runter geht nein es sei denn andere Spieler werden wir uns abgeworben äh wir sind mit den Leuten super zufrieden und ja Minsig yo was geht ab ich hoffe dir geht es gut ich sehe immer schöne Instagram Bilder von dir wir alle vermissen die E-League aber das weißt du ja und kaum rede ich über Dennis kommst du hier auch wieder rein das ist ein gutes Timing so äh äh das hört sich sehr spezifisch an Tobi aktuell sind ja Kapitalkosten zum Teil erheblich gestiegen gleichzeitig wenn viele Startups hat er sehr geringer bewertet kommt nicht mal so viel Wagniskapital bemerkt man da im Hintergrund schon dass bestimmte Rechte okay das wird sehr ähm sehr spezifisch den ersten Teil das ist gar nicht so meine Welt ähm aber wir sind mit Big in Franchise drin in CS bei Blast und bei der Pro League bei League wird es keine Option sein ich denke der Preis ist auch viel zu hoch Valorant haben wir probiert hat nicht geklappt deswegen gibt es da erstmal nichts was ähm relevant ist danke dir für den Sub sehr nett so ich meine zu Crystal denkst du dass er eine gute Entscheidung seitens Kovana war dass er erstmal gebencht wurde ähm Kevin ist ein sehr guter Freund hat es natürlich ähm spielerisch ein bisschen schwer aber er wird ähm hoffentlich was Gutes finden für jetzt war glaube ich aktuell das Richtige dass er ähm nicht im aktiven Team ist und er muss halt für sich auch eine Lösung finden wie es für ihn weitergeht und ähm das kann aber nur er selber entscheiden Fakt ist wenn er mich braucht bin ich für ihn da aber das weiß er auch ich habe auch mit ihm vor gestern war Dienstag gestern Abend länger telefoniert und ich habe auch mit seiner Mom gesprochen also er wird schon klarkommen Pfannkuchen1 danke dir mein bester danke für den Sub wer wie alt ist der älteste BIG Mitarbeiter das ist Yilmaz von Yilmaz ich darf es nicht aussprechen aber es steht nur 5 davor so wen replaced sind Faven Temporär Minzig hast du Insights gibt es zukünftig irgendwas Neues von Carlos keine Ahnung Moshi äh das ist für mich nicht relevant ich beschäftige mich lieber mit unseren eigenen Dingen die wir anpacken müssen wo wir besser werden müssen als ähm über andere Owner zu reden außer über Casper wie ich heute gemerkt habe aber das triggert mich auch und es gab viele Astralis Fragen aber ja vorhin ich habe schon gesagt G2 ist halt momentan so ein bisschen im Abwärtsstrudel aber die kommen da wieder raus das ist eine ultra krasse Organisation mit super fähigen Mitarbeitern und wir schaffen das schon fliegt ihr nonstop nach Rio ne also wir fliegen über Paris wir hätten eh von Berlin kann es nicht nonstop fliegen das heißt wir hätten zumindest nach Frankfurt äh Amsterdam Paris London gemusst und ist dann Paris geworden mit einer guten Verbindung ähm war das Thema Trackmania schon dran FMB ich habe nur also vorhin wurde gefragt ob wir einen zweiten Spieler jetzt holen müssen ja werden wir auch und wird auch wird euch gefallen wenn wir holen versprochen Hast du Erziehungstipps bei Crystals Mama geholt oder wie geht wie man die Frühförderung geht ne ich kenne Kevin schon lange ich war öfters auch bei ihm zu Hause gewesen und ich kenne natürlich auch seine Mutter und ich weiß das wenn so Nachrichten kommen sie sich Sorgen macht und das ist auch voll okay weil du willst als Mutter nur das Beste für dein Kind und das kann ich jetzt auch aus der Papa Perspektive sagen Kinderliebe wirst du niemand so sehr lieben wie dein eigenes Kind und ähm das ist schon nachvollziehbar dass sie sich da Sorgen macht traurig ist und dann hab ich gedacht das ist auch okay wenn ich ihr mal schreibe und sage wird alles gut und ähm ich freue mich dir auch demnächst mal alle wieder zusammen zu sehen Kevin Kevins Mom und 150 Katzenbabys sehr süß wie groß wäre die Aufregung wenn Carlos Gamer3 raushaut er wird bestimmt irgendwas krasses machen also der Typ ist halt auch eine Bereicherung für jede Org was auch immer jetzt da gelaufen ist genau ist scheiße und sah auch scheiße aus und warum er das vielleicht einmal so geschrieben hat aber was sein Knowhow und sein Auftreten betrifft ansonsten selbst wenn es arrogant rüberkommt er weiß halt wie man eine Org groß macht also vielleicht kommt er in einer anderen Funktion nochmal zurück ich würde nur lachen wenn es TSM wäre internationales Big CSGO Projekt in Zukunft möglich oder eher weiter in der deutschen Szene also mit den normalen CS-Teams bleiben wir in der deutschen Szene ansonsten haben wir ja Big Equiper aus dem spanisch-portugiesischen Bereich und sonst ist erstmal nicht geplant aussehliche Spieler in unsere funktionierenden Teams rein zu holen es sei denn sie sprechen Deutsch das ist immer eine Option warum Sin statt Tizi Captain weil Tizi zwei Monate CS nicht angerührt hat und auch mal ein Reset gebraucht hat eine Pause und da mussten wir schon jemanden aktiven nehmen so Chris J Comeback möglich ich sollte mich hier nicht äußern aber ne was die Meinung zum TSM Comeback ich die Leute stellen es immer sehr einfach vor habe ich so das Gefühl ähm wen willst du holen die wollen ein Top Team haben guckt ins Ranking rein glaubt ihr die anderen Orcs wollen die einfach verkaufen das sehe ich noch nicht und irgendwas basteln wenn ich TSM wäre würde ich so ein Team wie Bad News Eagles holen und einfach mich erstmal etablieren in den ganzen Circuits und das wäre sinnvoll da haben die auch ein bisschen Potenzial mit aber ansonsten sehe ich gerade keine Optionen die denen passen sollte ähm gibt's schon Updates was Teams in der Orc machen könnte ich nehme an das Academy Team ist jetzt nicht langfristig das ist jetzt so aktuell der Ist-Zustand und solange wir ihn da brauchen bringt das ähm nicht so viel jetzt über andere Konstellationen nachzudenken ähm Outsiders für TSM ne Outsiders VP wird die nicht gehen lassen und ich bin mir sehr sicher dass wir die auch zeitnah wieder unter VP sehen werden ich kann nicht sagen wieso Wann kommt der Transfer von Starn alles zwar nicht so big ich glaub das ist sehr happy bei G2 ich hab ja ich war auch cool jetzt ihn öfters zu sehen auf Events also seit Cologne ich glaub einmal davor noch und das ist auch cool dass die Orcs ihn zu den Events mitnimmt und er kommt auch mit den Spielern gut klar und ähm freut mich für ihn er hat auf jeden Fall gutes Zuhause ich glaub er würde da nicht weggehen um zu uns zu kommen ähm wie würdest du eigentlich die DNA-Szene wiederbeleben und was heißt weißt du von diesen Benefits die an A-Teams bei Blast und ESL haben von Benefits weiß ich gar nichts aber wie ich es machen würde liegt auf der Hand und da versagt halt jetzt zum Beispiel auch direkt TSM hol dir doch die besten Spieler und setz junge Spieler drum herum und grind dich hoch die wollen halt alle den schnellen Weg und keiner will die Zeit investieren wir hatten damals auch nicht den schnellen Weg wir mussten auch von Zero to Hero grinden über die Unters also okay wir hatten ein bisschen Glück gehabt wir sind in die damalige MDL gekommen oder ESEA wie jetzt heute ESEA Premier heißt oder wie auch immer ähm jetzt Challenger League und wir mussten es trotzdem da durchkämpfen gab keinen Invites die Leute wollen jetzt invited werden sich wo reinkaufen einfach da sein finde ich ist nicht fair Refix was macht Carpio aktuell der ist Coach bei CGN ist auch ultra krass in körperlicher Form so wie ich gesehen habe hat viel abgenommen und ähm macht das glaube ich sehr erfolgreich da insofern ich nicht outdated bin ähm was sagst du den deutschen Talenten gibt es welche momentan herausstechen also außer unserem Academy Team falls jetzt über CS redest FMB ähm auf jeden Fall die Leute die bei Onyx Talents spielen sehr sehr interessant und ähm da hat natürlich auch bestimmt die eine oder andere Orken Auge drauf so hast du eine Idee warum das alte CBR Flameshoster vermeintlich günstig zu haben war ähm das kann ich dir sagen weil die auch sehr niedrige Gehälter hatten aber ich weiß nicht wie niedrig und ob das Deutschland Verhältnisse sind oder so aber ich meine all die Leute die jetzt gegangen sind werden sich schon gut dumm und dämlich verdienen Favorit fürs Major ich habe ihn schon gedroppt ist ähm Heroic bei mir äh Mountain Dew ist nicht mehr Sponsor aber die MDL war schon geil also wo spielt ihr? wir haben am Wochenende MDL Games was denn MDL? Mountain Dew League das Getränk ich ich weiß nicht ob ihr das trinken könnt aber ich fand es nicht so prickelnd und es stand in Unmengen da und es konnte keiner genießen es hat so ein bisschen was von kann ich Klostein sagen ich esse ja keine Klosteine hat ein bisschen komisch geschmeckt aber viele Leute feiern das aber ich trinke auch ganz viele Sachen ich bin da glaube ich der schlechteste der schlechteste Influencer für sowas mit dem OneBlade was ähm da oben steht zack ja da kann ich hier arbeiten so was sagst du zu Cheating Vorwürfen Leaks auf Twitter BMGR ich alles heiße Luft da wird nichts passieren da ist einfach wieder nur gelaber weil man Drama braucht Unodug League das brauchen wir das ähm das würde ich zum Beispiel mittragen ich dachte wir mögen Heroic nicht ich habe es vorhin erzählt Cadian hat eine sehr korrekte Geste gemacht er hat Tapsen motivierend aufgebaut nachdem wir gegen sie verloren hatten und ihm sehr deutlich gemacht auch mit ein bisschen schütteln dass wir das schaffen werden und ähm muss ich ihm hoch anrechnen also sportlich eher einen fetten Pluspunkt kannst du etwas über die Spielheitsentwicklung in den letzten 5-6 Jahren erzählen ja ich werde es mit einer Geste machen und den Ton gab es auch dazu außer in Deutschland in Deutschland sind wir aufgrund von politischen Vollversagen immer noch irrelevant kannst du eine Aussage über die Grundgelder an CS treffen ne also selbst auch von denen wo ich es weiß im Ausland ich möchte von niemandem erzählen was er verdient das ist einfach unethisch hm gab es mal Überlegungen Big JDC zu holen ne aber freut mich dass er so viel Erfolg hat aber zu dem Zeitpunkt als er bevor er zu Maus NXT gegangen ist auf dem Markt war hatte ich die Überlegung nicht und danach auch nicht das ist bei Maus auch sehr happy das weiß ich wird es irgendwelche Verbesserungen bei den Go Big Cups geben oder ähnliches ich glaube da ist viel Nachbearbeitungsbedarf müssen wir mal schauen das ist ein Thema für Blizzy das ist sein Baby Go Big League aber da ist es natürlich unfassbar nötig dass wir ein paar Sachen angehen und wird bestimmt ein bisschen was gemacht werden ich bin nicht involviert aus zeitlichen Gründen leider äh und ansonsten auch so Infos zu zu Merch ist schwer ähm weil ich da ich muss dann auch immer nachfragen manchmal dauert es ein bisschen ähm ansonsten einfach äh den Kontakt vom vom Shop anschreiben die können das am ehesten einsehen Christian warum siehst du trotz des hohen Alters unglaublich gut aus ja wie heißt der Roman unterstrich unterstrich er unterstrich unterstrich ja also lieber Roman unterstrich unterstrich er unterstrich unterstrich ähm ich arbeite in einem sehr guten Umfeld habe ganz tolle Kollegen besonders den Kollegen Roman der macht mir mein Leben sehr leicht mit dem arbeite ich sehr gern mit dem schaue ich auch gern mal auf dem Event nachts im Film Maverick wer Maverick nicht gesehen hat schaut Maverick und wer Maverick sehen will und Top Gun nicht gesehen hat schaut bitte erst Top Gun ist nicht ganz so wichtig aber ihr solltet es sehen vorher Maverick sehr gut Batman sind wir nicht fertig geworden sehr gut aber auch sehr lange Jurassic Park sehr gut das ist so eine gute Arbeitsbeziehung die Roman nicht haben es gibt noch mehr OneBlade Content demnächst und es gibt auch noch was cooles im November kannst du auf englisch erklären warum Sinn bei den Major spielen wird und ja Faven ist still outlined so we are working with him together on his health conditions und um for now and that means Blast Showdown and for the Major Sinn will take his spot and we will look afterwards how the development of his health is doing and hopefully it's doing good because we believe in Josef and we want him back on the team so nach dem Super Cup in League Trial dir vielleicht neue Spieler bleibt das Roster so bestehen wie es gerade ist auch da gibt es ein paar Anfragen wir haben auch zwei Spieler die vertragsfrei sind nach dem Jahr das kann man in der Database sehen das sind Sasa und Venter da müssen wir mal schauen ob die auch bei uns bleiben wollen und wir gehen das Thema nach dem Cup an mal eine generelle Planung wie wir weitermachen wollen dass wir outländisch befördert haben ist ja schon quasi durch zufrieden mit dem Primely Ergebnis in der Season und wie glücklich man NNO in der League zu haben Robert also ich finde es gut wenn sie in die Liga kommen es muss halt alles auch sauber sein und sie müssen sich auch an die Abkommen halten was Streaming und Co. betrifft so wie es jeder andere von uns machen muss ist die Profi Liga werden natürlich einen fetten Zuschauerboost mitbringen und wir spielen nächste Woche gegen sie und wir werden der Altherrentruppe ordentlich den Hintern versorgen aber ansonsten zweimal vierter Platz wir haben uns natürlich mehr erhofft wie wir das für das nächste Jahr verbessern können und ja overall aber mit den League Leuten sehr zufrieden weil wir auch viele junge Spieler haben und auch jemand der den Kontinent gewechselt hat und einfach hier alles neu lernt wie weit darf für mich Banta gehen kann schon weit gehen aber man muss halt auch coolen Banta machen denkst du weißt du ob Simple ausgesorgt hat die Frage kannst du ja eigentlich selber beantworten hat Big V den Stand geschafft hat als Ork im letzten Geschäftsjahr profitabel zu sein ich zähle dir ich würde jetzt Kopenhagen Flames nicht auf unser Niveau stellen was die Organisation betrifft weil wir einfach viel breiter aufgestellt sind viel größer sind und ich kann euch sagen dass wir eine der wenigen Organisationen sind die keine Werksteams sind vielleicht auch die einzige die schwarze Zahlen schreibt das kann man sollte man auch im Internet in den Handelsregister auszügen und was weiß ich was dann nachlesen können mhm mhm ja zu Variant habe ich schon gesagt das können wir momentan nichts dazu sagen wir müssen warten wie die Tryouts laufen mhm 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 Eventuell wird dein Wunsch erhört. Was hat es mit den ganzen Astralis und Big Tweets zu tun? Wir haben einfach Content mit oben zusammen gemacht und auch richtig guten Content im Astralis Nexus in Kopenhagen. Das war sehr cool. Aber hier, Roman hat es schon beantwortet. Big Pullover, bald. Jason, yes. Ja, Pabu ist ultra entspannt. Also gar keine Probleme. Der ist einfach hier rübergekommen, war happy hier zu spielen. Da muss man gucken, wie es für ihn weitergeht, weil er will noch weiter nach oben. Und gar keine Probleme gemacht. Super angenehm. Absolut lockerer Typ, für alles offen. Auch geilen Content gemacht mit Outlanding zusammen auf dem Oktoberfest. Das ist ultra schwer, das einfach so zu machen. Da kommst du da hin, eine ganz andere Kultur. Das hat ihm, glaube ich, sehr gut gefallen. Denkst du, dass eSports bei seinen Wurzeln bleibt, also Matches für jeden im Internet frei zugänglich bleiben werden? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das andere wird sich nicht durchsetzen. Es wird bestimmt mal Formate geben, wo sowas kommt und das wird nicht angenommen werden. Ich meine, wie so Battle Pass oder so für so MMA-Camp oder so. Das wird sich nicht etablieren. Die Leute wollen es kostenlos sehen und sonst werden die Zuschauerzahlen noch zu stark einbrechen. Wie ist das gemeint mit Werksteams? Werkteams sind einfach, das ist eine andere Abrechnung. Also, das ist einfach so ein Tochterding von der großen Firma halt. Da sind die Zahlen nicht so relevant. Was passiert hier mit dem Scrollen? Was ist mit Krimbo? Er ist Krimbo. Warum, denkst du, wird in Deutschland eSports mehr anerkannt? Es wird ja besser, aber es sind immer noch zu stark in der Minderheit. Es ist, wie vorhin gesagt, politisches Vollversagen. Die Leute sind nicht offen und wundern sich dann, wenn sie nicht mal die 5% knacken und irgendwann ist diese ganze alte Generation, die jetzt noch Stimmen für diese Leute gibt, die ist einfach weg. Und ich bin jetzt auch nicht der beste Typ für Polit-Diskussionen. Können wir mit unserem Geschäftsführer machen. Aber wenn man für die jungen Leute nichts macht, oder auf die jungen Leute nichts zugeht, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn keine Stimmen kommen. Und für junge Leute ist eSport das To-Go-Ding. Und allein, wenn du hier guckst, was wir für Probleme im Internet haben, die ganze Infrastruktur, dann überlegst du dir tatsächlich, die Türkei auszuwandern. Habt ihr vor, wenn es sich die Chance gibt, einen Kleidungsmarkenpartner an Land zu ziehen für Jason Merch? Ne, wir produzieren das selber. Brauchen wir gar nicht. Das machen wir alles selbst. Mittlerweile. Kinderplanung vom Babymerch ab, Harry Chrissy. Also, hast du nicht schon 8 Kinder? Oder Typ, Horitz, Potts, einige dabei. Wer willst. Aber G2 in Loi habe ich auch gesehen, Roba. Das schon, wenn das so stimmt, ist schon krass. Wie fandest du den Auftritt von Hand of Blood bei der Spobis? Genial. Also, ich muss immer sagen, der Typ, diese Rollen, die er spielt und wie er sie spielt, das kann man fast gar nicht durchziehen. Der ist so hart in dieser Rolle drin, der ist einfach diese andere Person dann. Und du fühlst dich auch bei dieser Person halt wohl, weil dich mitzieht. Aber das so umzusetzen und auch so offensiv nach vorne zu gehen, war geil. War geil. Aber trotzdem werden wir Eintracht Spandau im nächsten Jahr auch wieder zumindest stören. Und eventuell werden wir auch zeitnah einen Knall erzünden. Dazu in ein paar Wochen mehr oder in ein paar Tagen. Schauen wir mal. Das heißt, die Spieler arbeiten zuerst noch in den Firmen. Ne, die sind auch Angestellte, aber ein Werksteam ist halt, Bayer Leverkusen ist ein bisschen was anderes wie ein TSG Hoffenheim zum Beispiel. Also, es hat einfach andere Abrechnungen intern. Wann kann man deiner neuen CS-Version rechnen? Malber. Welchen CS-Spieler würdest du dir mal bei Big wünschen? Angenommen, alle sprechen Deutsch und wären bezahlbar. Ich glaube tatsächlich, Nico und Tapsen würde sehr gut funktionieren. Das würde ich mir wünschen. Außer ich mag Nico. Auch wenn er ein bisschen crazy ist manchmal. Ich mag Nico. Tobi, die Big 1 Storylines feiern wir alle. Und das ist auch cool. Aber die Prime League hat bisher sehr wenig leider draus gemacht. Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr besser wird, weil wir werden auch 1 gegen NNO haben. Und da treffen zwei riesige Fanbases aufeinander. Wenn du da es auch nicht schaffst, eine Storyline draus zu machen, ist schon schwierig. Meinungen zu Österreich-Schweiz. CS-Szene. Außer PharmaG gibt es keine CS-Szene in Österreich und Schweiz. Und PharmaG ist der beste. Er hat auch einen neuen Shop aufgemacht, wo er jetzt Selbstgebrannten verkauft. Achtung, Werbung. Aber die mache ich gerne für einen Kumpel. Sehr guter Stoff. Selbstgemachte Gins. Mal rein. Ich habe es auch retweetet, aber ich mache jetzt kein Name-Dropping hier. Heißt, bleibt Outsides wieder Virtus Proving im neuen CO? Ich denke ja. Was sagst du zu NNO? Krass hochgekämpft. Geile Charaktere. Geile Storyline. Geile Fanbase. Riesengewinn für die Prime League. Ich hoffe, sie ziehen mit. Simpsons sind diese Merch-Sachen am besten als Feedback wirklich immer an den Shop. Aber da stehen halt auch immer online die Maße, wie es sein sollte. Also du hast ja die Abmessung mit drin. Und du weißt, ich bin groß. Ich habe das gleiche Problem. Ist auch bei vielen Fußball-Trikots so, wo ich mir ein 2XL hole. Das passt nicht. Ein 3XL, ganz komisch geschnitten, viel zu kurz. Es ist sehr schwer, da ein Einheitsmaß zu finden. Aber ich verstehe, was du meinst. Aber ruhig das Feedback immer an die Shop-Jungs geben. Die versuchen da schon so gut es geht, darauf einzugehen. Aber wir sind alle unterschiedlich geschnitten und gebaut. Von der Körperform her ist nicht so ganz einfach. Grüße an deine Frau, Chrissy. Am besten machst du den Wein mal auf jetzt. Nico spricht kein Deutsch-Virus. Der sagt so, moin. Oder du Affe. Das war's. Oder nicht dein Ernst. Keiner von Weibes spricht mit uns. Julian, keiner. Was denkst du passiert bei Astralis? Wenn ein Device kommt, brauchen sie noch einen guten Rifler. Und dann werden die auch wieder competitive sein. Hat überhaupt nicht mal mit Nico bei Maus gespielt. Ich bin's. Ja. Und wir haben, ich war damals Team-Manager. Wir haben Nico mit Lega zusammen quasi überzeugt, dass er bei uns spielt. Und das war, glaube ich, die beste Entscheidung, die er treffen konnte. Er hat international super schnell etabliert. Hat auch die Möglichkeit gehabt, durch das Gehalt, was Maus gezahlt hat, sich aufs Game zu konzentrieren nach der Schule. Das war ein Gewinn für alle. War eine sehr coole Zeit. Ist mal geplant, dass Grimbo IGL dich. Gleich jetzt nicht unbedingt. Also, so schnell nicht. Wie fandest du die Idee von der Prime League mit dem Konferenzcast? Ich fand's sehr gut. Hat Bock gemacht, zuzuschauen. Aber ich bin auch froh, dass jetzt Best of 3 ist. Hast du noch Kontakt zu Tony Sosa? Irgendeine Idee über den erreichen kann. Ich würde versuchen, auf Twitter, aber ich glaube, er hat doch mal vor längerer Zeit gestreamt. Einmal, also vor ein paar Wochen. Ansonsten vielleicht mal über Tarsin probieren. Aber ansonsten habe ich auch keinen Kontakt aktuell zu ihm. Er hatte mir irgendwann mal in Steam eine Message gedroppt, aber die habe ich erst zu spät gesehen. Dann war er offline. Wird die Konferenz auf YouTube erhältlich sein? Wenn ja, wann? Ich würde sagen, relativ zeitnah. Phil lädt das eigentlich nachts runter und lädt es dann drüben wieder hoch. Still unvacinated. Chris, ich lese keine Nachrichten von dir vor. Tony hatte PUBG irgendwo gespielt. Er hat es auch einmal gestreamt. Nee, Phil habe ich schon ein paar Mal beantwortet. Er ist, aus gesundheitlichen Gründen, ist er auf der, äh, nicht auf der Bank. Eigentlich ist er gar nicht gerade irgendwie involviert. Ähm, aber wir arbeiten mit ihm an seinen Gesundheitszustand und hoffen, dass er bald wieder zurückkehrt. Deswegen spielt Sinn. So. Danke dir, Zach, Calvi. Was würde es in der Situation von G2 machen? Die haben es ja nicht mal für das Major qualifiziert und davor lief es ja auch nicht so prickelnd. Also Blast waren sie sehr gut. Pro League haben sie in der Gruppe gut gespielt und, ähm, sind 5-0 gegangen. Auch gegen uns. Gewonnen. Knapp. Aber, ja, mal gucken, passiert was im Coaching, passiert was bei den Spielern. Ja, also bei Josef ist wirklich gesundheitlich. Wenn wir ihn jetzt einsetzen würden oder irgendwo und er holt sich wieder was, dann wird er wieder ausfallen. Wir müssen das einmal fixen. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber kriegen wir hin. Wir planen auf jeden Fall. Gab es Überlegungen, Tapsen wieder nur als Rifler zu haben und einen anderen Spieler als Fulltime-Caller zu sein? Nee, weil die Spieler gibt es nicht. Welche Ziele werden bis zum Ende des Jahres Inter noch so gesetzt? Blast, Rio. Also, unser Wunschziel wäre es, dass wir nur mal ein Stück näher an die Top Ten rankommen und uns da etablieren. Punktetechnisch ist das jetzt nicht ganz so leicht mit Elias, aber, ähm, wir wollen halt zeigen, wo wir hingehören und die Jungs haben unfassbar hohe Ansprüche an sich selbst. Ist jetzt halt nicht so ganz einfach mit diesem kurzfristigen Wechsel, auch wenn er jetzt schon drei Wochen alt ist quasi oder zweieinhalb Wochen. Ja, also wenn wir am Ende des Jahres im Mittelfeld der Top 20 stehen, also zwischen 10 und 20, bin ich persönlich zufrieden. Was soll E-League los? Gibt es das Format noch? Nee. Das E-League-Event-Hookie war damals das Geilste, was es gab und daran haben sich dann auch alle orientieren müssen, weil niemand so viele Sachen für die Spieler gemacht hat wie die E-League. Das war, was sie aufgezogen haben, war schon legendär. Was ist das Comp jetzt eigentlich größer, Valor oder CSGO? Das ist eine gute Frage, Ferro. Ich würde sagen, vom Zuschauen her noch CSGO und der Spielerbase ja wahrscheinlich tatsächlich Valorant. Wenn du heute als junger Spieler reinkommst, dann denkst du dir halt auch so, hm, ich will jetzt ein ausgelutschtes Game spielen oder willst du was mit geiler Grafik spielen? Dann tendierst du wahrscheinlich eher zu Valorant, würde ich behaupten. Aber, also bin ich eigentlich konform mit, dass die einfach koexistieren können. Das wird so ein Nota-League-of-Legends-Ding. Ich finde, es wird Sinn jetzt ins Team integriert, da ist ja scheinbar doch länger, er ist schon integriert, er war auch vorintegriert, weil wir mit unserem Academy-Team sehr viel und sehr ausgiebig zusammenarbeiten. Und er ist auch oft in Berlin gewesen und da ist das sehr einfach, die Leute mit reinzusehen, die verstehen die Philosophie, müssen halt taktisch ein bisschen was anpacken und lernen, aber das macht Elias sehr gut. Warum hat Sprout hat auch keinen Bedarf gehabt und er hat jetzt bewiesen, dass er so ein Kandidat ist. Muss man mal schauen, wo seine Reise hingeht, aber overall hat er ganz klar gezeigt, dass er gut genug ist und dass er auch ein geiles Team zusammenbauen kann. deswegen bin ich auch sehr froh, dass Robin in so einer guten Form ist, weil bei Kovana sah das nicht so gut aus, da war das ganze Team ein bisschen komisch und schlecht. Hat er sich auf jeden Fall verdient und ich hoffe, dass er noch lange spielt und auch etliche Talente mitzieht. Wie sieht die Zukunft von Tizia aus? Hoffentlich gut. Aber egal, was er macht, er bleibt bei Big. Habt ihr eine Idee, wann Josef wieder fit ist? Ne. Wir werden auch nichts erzwingen. Das ist wie beim Fußball. Du hast einen Kreuzbandriss, du fängst zu früh an, du bist immer wieder verletzungsanfällig. Wenn du die Sachen nicht richtig auskurierst, wirst du immer ein Handicap haben. Warum ist Valorant bei Frauen so beliebt? Könnte ich ja nicht sagen. Aber wenn es so ist, ist es schade. Ich finde, CS ist immer noch das geilere Game. Wie kann es sein, dass Living Big Moderator Jan dem Kombi im Official 328 auf das Zweige zu keinen Konsequenzen kommt? Es gibt Konsequenzen. Ich werde zwar nicht zurückkehren, aber ich habe eine klare Ansage gemacht, was die Außendarstellung von unserer Org betrifft, die dadurch sehr stark beschädigt wurde. Jan wird sich von mir verantworten müssen. Meinungslos Next wird ein Tier 1-Team sein? Ich glaube nicht. Also, ich kenne Jarek auch schon ein bisschen länger. Ist nicht so der einfachste Charakter. Ist ein super Typ für mich, aber manchmal hat er dann auch so, es hat ja Gründe, warum er in guten Teams nicht lange existiert hat. Und er hat schon so ein Safe-Umfeld gebraucht, wie damals bei VP. Und irgendwann, du darfst da nicht größenwahnsinnig werden. Aber er ist ein krasser Spieler. Er muss irgendwo hingehen, wo er so eine Fitting-Roll übernehmen würde. Eigentlich wäre Endze gut für ihn gewesen. Aber die werden auch einen Grund haben, warum sie nicht gesigned haben. Okay, ich gucke mal nochmal ganz schnell hier in die Twitter-Kommentare rein, weil da haben echt viele geschrieben. Nicht, dass ich da jemanden vergesse. Dann machen wir bei euch weiter. Ähm, so, zack, 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 ähm, Valorant, Massa, Equipa, haben wir alles. Wir sollen Clara im Stream grüßen und dann grüße ich Julius gleich mit, erledigt. Bald, Junge, ich hoffe, du bist da, keine Erinnerung gesehen. Wann schreibt Christian Lenz die Namen auf Tickets Buchungen richtig? Bei Jan? Nie. Einfach um ihn zu ärgern. Wie geht's für Big und Valorant weiter? Können wir ein Roster für die nächste Season erwarten? Hab ich schon gesagt, ist aktuell äh, noch unklar. Da warten wir ab, was mit den Tryouts von unseren Spielern bei den anderen Orks passiert. Muss Big jetzt wechseln? Yes. Roter Zwei-Team? No. Ähm, wie zufrieden sind mit unserem Einstieg in die Fighting-Games-Community in Tekken? Wie kam's dazu? Ähm, super zufrieden und mit Arya haben wir einen Top-Typen, der zu Big richtig gut passt. Jeder mag ihn, er fühlt sich wohl bei uns. Wir schicken ihn auf jedes Turnier, wo er hin will. Wird nächstes Jahr auch nach Japan fliegen zu Evo. Ich kann's nur oft genug sagen, schaut seinen Stream. Er ist, ähm, super umgänglich und, ähm, kann auch einiges in Sachen Professionalität von ihm lernen. Der Einstieg war sehr gut, war ein bisschen, vielleicht ein Jahr zu spät. Wir wollten ihn vorher schon haben, da war er noch unter Vertrag. Ähm, und ich schätze auch die Tekken-Community, dass sie so offen sind und dass sie sich untereinander so supporten. Da machen die vielen anderen Games was vor. Wer kommt weiter in Rio? Big oder Sprout? Ich hoffe, dass beide Teams so weit wie möglich kommen und Deutschland als Organisation gut vertreten werden. Muss das Big Stuff Team jetzt wechseln, nachdem sie gegen Corvux Main verloren haben? Ja. Sinn-Fragen haben wir beantwortet. Ähm, gibt es Ambitionen nach Sins Performance, weitere Academy-Spieler zu promoten? Also immer. Ähm, also unsere Academy-Spieler sollen den Anspruch haben, bei uns im Main-Team spielen zu wollen und wenn die bereit sind und ready sind, wollen wir die natürlich auch einsetzen, so gut das geht. Das kannst du halt nicht einfach so machen, aber lieber einen guten Spieler, einen Spieler, den wir selber ausgebildet haben, aus dem Academy-Team hochziehen, als irgendwo eine Ablöse für einen deutschen Spieler bezahlen. Wenn du als deutscher Spieler bei WIG spielen willst und ein krasses Talent bist, sei so klug, geh den Weg über Academy, komm danach ins Main-Team. Unser Academy-Team hat einen extrem hohen Stellenwert bei uns. Wie geht es next CSGO? Chrissy? I will find you. Weiß Bescheid. WIG-Pullover haben wir gehabt. Habt ihr als Organisation eigentlich Einfluss auf das Design eures Teamstickers für das Major, zwischen dem Hintergrund oder so? Also wir reichen immer nur diese normale Tatze ein und das war's. Und den Rest design quasi das Development-Team. Ich vermute, es ist Valve. Streamst du alleine? Ich bin alleine. Nur Sportliches? Gerne auch allgemeine Fragen. Kam da was? Okay. Mich würde interessieren, ob und wie sich die kleineren Spiele wirtschaftlich tragen. Gibt es auch für Randdisziplinen spezifische Sponsoren? Gibt es auch, zum Beispiel bei Trackmania, aber ansonsten sind unsere Athleten auch im kompletten Big-Partner-Pool mit drin. Jeder Partner kann sich überlegen, ob er damit drauf möchte und nichtsdestotrotz werden halt unsere Athleten immer gleich eingesehen und die Partner-Pakete schustern wir darauf zu und gehen auch auf die Wünsche der Partner ein, wenn die gerne Athleten von uns mit übernehmen wollen. Ja, beantwortet. Krankheitsausfälle, wie bei Faven mal ausgenommen, wie groß ist allgemein der Wunsch nach Kontinuität im CS-Team und ist Kontinuität überhaupt vereinbar mit den Mechanismen, die oftmals im Leistungssport greifen? Das ist eine sehr gute Frage. Also, Fakt ist, das, was wir machen, ist Leistungssport. Viele Dinge kannst du nicht voraussehen, gerade wenn es um Gesundheit und Verletzungen geht, aber du musst halt trotzdem versuchen, dass bei einem Spielerausfall in so einem kleinen Team, du hast ja nicht jetzt so einen 16-Mann-Kader, wo jeder wie beim Fußball direkt einspringen kann und ein 1-zu-1-Ersatz ist. Du gehst immer ein kleines Risiko mit ein, aber der Wunsch nach Kontinuität ist natürlich da, dass wir unser Leistungsniveau primär mal halten und dann auch, wenn wir das etabliert haben, ein bisschen weiter nach oben gehen und es ist sehr schwer, das abzuleisten, wenn einer ausfällt. Mich würde interessieren, ob ihr euch vorstellen könnt, auch zukünftig WUM Academy zu machen. Ich werde nicht zu viel verraten, aber es wird noch ein sehr interessantes Team zeitnah zu uns großen und Big repräsentieren und da freuen wir uns alle drauf. So, das waren die Twitter-Fragen. Da bin ich mal wieder hier. kann man mal hier hochscrollen. Grüße an Cindy. Hi. Kannst du übersehen. Du bist auch ein bisschen klein. Gibt es Pläne für K-Stone-Keeper-Matchs auf dem Big-Twitch-Channel? Also, das war jetzt dieses Jahr nicht leicht umsetzbar. Die ESL ist auch nicht so kommunikativ, wie ich mir das wünschen würde, aber es wäre schon schön, wenn nächstes Jahr Alex das bei uns übertragen kann, also Frankfurter Typ und guck mal, wie das wird. So. Weiß ich, warum viele Leute das Müller nicht seien und mein Statement zu ihnen habe ich ja vorhin schon gesagt. Guter Spieler. Er braucht ein ganz spezielles Setup und Leute um sich rum, mit denen er klarkommt und hat bei Benched Heroes gesehen, dass die gegen einige gute Teams gewonnen haben. Ich hätte ihn gerne auf dem RMR gesehen. Also Ohne ist schon ein lustiger Typ und er ist auch ein guter Spieler. Ich hoffe, dass er irgendwann sein Glück findet. Meinung zu Forrest, glaubst du, er wird nochmal Chancen Tier 1 bekommen? Hoffentlich. Gut genug ist er in meinen Augen. Mal gucken, ob das irgendwo relevant ist. Vielleicht nochmal ein Wind-Team. Zukunft für Speedy. Wieder vereint mit Dennis. Karriere Ende. Ähm. Wie geht's mir im Moment? Ich schlafe nicht so viel. Ich bin glücklicher Papa. Und ähm. Sportlich könnte ich mal wieder ein bisschen zulegen. Gestern zwei Stunden Hallenfußball gespielt und ich fühle mich so, als wäre ein Panzer mehrmals über mich drüber gefahren. Aber es ist gerade ein schlechtes Beispiel wegen Krieg, aber sagen wir einfach ein LKW am Flughafen oder ein Gabelstapler. Das war schon sehr schmerzhaft. Und dann heute zwölf Kilometer mit dem Kind spazieren gehen, mit dem Kinderwagen. Das kickt schon anders für einen 39-Jährigen. Aber sonst glaube ich ganz okay. Wo hast du deine Prototype-Catawatts-Kapsel wilden? Ich habe damals den Sticker eingereicht für VP, deswegen ist es bei mir noch mit drin. Sind die Jungs wieder im Bootcamp oder chillen die noch zu Hause? Die sind alle bis auf Nils und Flo im Bootcamp und die kommen nächste Woche. Das Geld noch bei Big? Ne. Wir haben den Vertrag aufgelöst. Hatten wir auch kommuniziert. Ich hoffe auch das Nicken-Team findet super cooler Typ. Mega angenehm mit ihm gewesen. Nur das Ampelsystem in Deutschland hat ihn ein bisschen gebrochen. Natürlich Work-Life-Balanced und spielt Online-Turniere gern von zu Hause. Wie regelt Handhab die das generell? Die Spieler sollen da spielen, wo sie sich am wohlsten fühlen und also ich sage es wie es ist. Ich bin auch ein Heimscheißer, Leute. Ich bin eigentlich gern zu Hause. Mittlerweile. Früher bin ich gern gereist, heute bin ich gern zu Hause. In Richtung Mobile gehen oder eher aufgeben. Wir haben ja PUBG Mobile noch und wir mögen unser Team eh. Das ist ein sehr gutes junges Team. Ist auch das beste deutsche Team. Müssen wir schauen, wie sich die Liga und die Struktur generell weiterentwickelt. Das ist aktuell nicht so, wie alle Spieler sich das wünschen. Jetzt muss Tencent mal einen Schritt auf die Spieler zu machen und mal gucken, wie das in Zukunft weiterläuft. Ich bin die Frage eben beantwortet. Danke. Hoffentlich geht es auch sehr gut. Wann announcen wir, dass Phil ein WoW-Team aufmacht? Also muss man fernishalber sagen, seit Wochen trainiert Phil jeden Tag WoW und arbeitet nicht mehr. Und wir werden trotzdem kein WoW-Team machen. Und Phil wird wahrscheinlich auch nie wieder arbeiten. Ja. So. Klappadu, was hast du verpasst? Ein alten Mann ohne Haare, der sehr viel redet. Ben schreibt nicht nur meinen Namen bei jeder Buchung falsch, er nennt mich auch noch dem Kombi. Du bist der Kombi, bist nämlich schlecht im Tennis, schlecht im Fußball, gut im Content, kann mit dir gut essen gehen, bist ein lustiger Typ, bist ein nerviger Typ, bist einfach der Kombi-Typ. Von allem etwas. Überwiegend nervig. Sechselt Kito stark, wer sich aufregt? Nee, gar nicht. Aber Flo, Flo kann richtig wechseln. Das ist schon interessant. Bei Nils hörst du es nicht. Der Häuptling Lenz ist sesshaft geworden. Das stimmt wohl. Betrachte viele Dinge ein bisschen anders als vorher, Lukas. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das mal so in die Richtung geht. Aber tut auch gut. Jan, du wirst ja sogar von der Liga gedisst, mit der du spielst. Mach dir mal Gedanken drüber. Wenn ich auf Jans Leistung eingehen, nee, also ich habe ja vorhin auch gesagt, wenn immer Leute schlecht geredet werden, dann ist es nicht gut für die Psyche. Und ich finde es auch nicht gut. Und Jan ist ein krasser Spieler, der verdient nur lobende Worte. Astralis gegen Eternal Fire auf Map 3. Ui, das ist okay. Weiß jemand, wann die Konferenz auf YouTube hochgeladen wird? Phil, kannst du Drago antworten hier? Der hat das nicht als einziger gefragt. Freust du dich schon auf Big gegen NNO? Ja, auf jeden Fall. Das wird ein geiles Spiel. Für die, die es nicht wissen, Agurin hat mal kurz für mich gespielt. Röcki hat für mich gespielt, mit mir deutschen Meisterschaftstitel gewonnen, damals bei NFACULTY noch und bei ESC, glaube ich. und NOWAY hat mit mir für mich gespielt. Also sind schon einige Leute dabei, die ich schon ein bisschen länger kenne. Also es wird auch ein geiles Game. Danke dir, Lukas. Ein lieber Kerl und ein guter. Also das Syrson 60 Compilation Video, das können wir machen, während er zu Weihnachten dann einen Hasenbraten isst und danach ein Schlappi im Trabi macht. Kann man nicht aufmachen, die Kapsel übrigens, ne? Die kannst du nicht öffnen. Also du kannst diese Prototype-Kapsel einfach nicht öffnen. Das ist nur, dass du dir eingesendet hast. Jan ist ein guter Spieler, das wissen wir alle. Who wins in a P90 1v1? You or Phil? Don't understand the question. Vielen Dank für die kleine und tolle Haltung. Er hat auf den T-Shails-Post geantwortet, aber ich drücke euch fest die Daumen, und hier kommt viele. Habe ich dir geantwortet, was ich spiele? Ich habe meinen Schläger nicht gefunden. Ich will den Schrank nicht aufmachen, sonst fällt alles raus, aber äh, das, äh, ah ja, ich weiß, was im Mainz. Aber cool. Lichter, das habe ich ja, wissen alle, wird immer ein wichtiger Bestandteil meines Lebens bleiben. Das ist mein Sport. Ragnar, das richte ich gerne aus. Aber das weiß er auch, das haben ihm viele geschrieben. Die Leute, die fühlen auch ein bisschen mit Josef. Josef ist ein super lieber Typ und er ist ultra krass, kann gar keiner in Frage stellen. Und jetzt überlegt mal, wie krass der ist, wenn er fit ist. Wir bauen auf Safe. Die Kapsel wird mich ewig begleiten, aber ist auch cool zu haben, weil du kannst einfach nichts mit dir machen. Ist einfach da. So sieht es aus. So sieht es aus. Ich habe nicht geantwortet, was ich spiele. Lass mich einmal kurz gucken. Bitte lasst hier nichts ausfallen. Ich habe ihn nicht hier. Aber ich kann dir sagen, dass ich auf der Rückhand, beziehungsweise, ich habe die Rückhand in rot, spiele ich einen Donnick Vario in 1,7 und auf der Vorhand in schwarz, spiele ich einen Kurznoppenbelag und habe Person Power all around als Holz. Raven wurde nicht von der Gobstelle ausgenockt, aber ihr habt ja mitgekriegt, er war dieses Jahr schon ein bisschen öfter krank und dann muss man manche Sachen einfach besser auskurieren. Wann kommen neue Big CSGO-Jersey in den Shop? Ich hoffe, es ist noch jemand vom Merch da, aber ich würde behaupten, neue Trikots erst nächstes Jahr. Nächstes Jahr GSH-Land, wenn eine stattfindet, würde ich sehr gerne vorbeischauen. Immer ein cooles Ambiente, ist auch cool, mit den Leuten zu schnacken. Sowas vermisse ich auf jeden Fall. Gibt es viel zu wenig. Wann kommt es zum Tennis-Won-Won-Won-Mit-Kito? Also, um eins klarzustellen, er hat keine Chance gegen mich, er hat wirklich keine Chance, er hat x-mal abgebrochen, ich habe legendäre Fights mit Roman gegen Tapsen und gegen Gob gehabt, aber an Kito erinnert sich keiner. Und das wären die einfachsten verdienten 100 Euro, aber ich will ja, dass er einen CS gewinnt und will nicht demoralisieren, deswegen spiele ich prinzipiell keine Sport-Challenges gegen Kito. Ich bin Abwehrspieler, Leute, im Tischtennis. Ihr wisst, ich bin groß, ich habe eine ultrakrasse Reichweite, ich habe zum Teil zwei Meter hinter der Platte gestanden und habe im Doppel mein bester Kumpel Linkshänder gewesen, ich bin Rechtshänder und der ultrakrasse Angriffspieler, es war schon eine sehr gefährliche Kombi. Egal, da haben wir Vertrag aufgelöst, Roba, schon vor längerer Zeit, der ist Free Agent. Ich mache kaum was in Steam. Ich habe so ein paar Souvenirwaffen, ich spiele auch kaum, deswegen weiß ich nicht. Ich habe früher viel Geld für Kapseln und so ausgegeben und für Kisten auch mal. Es gab so Nächte, da habe ich, als ich bei VP war, mit Tess im Bett gelegen, mit Laptop auf dem Bauch und mit einem guten Getränk und wir haben sehr viel Geld in Kisten und Schlüssel investiert und es ist nichts bei rausgekommen und irgendwann habe ich dann für mich gecuttet. Das war ein Live-Event gehalten, könnte Big sich vorstellen, weil er soll was mitzumachen. Also zeitlich für Big ist alles außer das, was wir gerade spielen, absolut nicht drin, deswegen spielen wir auch keine Meisterschaft. Aber ich muss da fernishalber sagen, ich habe die Live auch nicht gesehen oder was da war, weil wir waren selber auf dem Event und ich hatte auch einen Teil meiner Zeit in Spanien vorher verbracht, familiär, weil wir was fixen mussten und war so das, was ich gehört habe, ein cooles Event, aber ich denke, das ist eher was für Academy, für Big Main Team zeitlich umzusetzen. Danke dir, Dark Nees. Danke für den Raid an die Demolition League. Ich hoffe, unser Team hat nicht gespielt und wurde wieder vorgeführt und herzlich willkommen an alle Zuschauer. Dein Interesse haben im Vergleich zum Gehälter der Industrie, liegen die drüber oder drunter? Also Staff, Mediaspieler, in Deutschland werden wir immer drunter liegen. Immer. Krimer kann Nova ein nächstes Klassentreffen, da habe ich mit dabei. Spielst du selber noch zuerst ab und zu mal eine Runde Danger Zone, sonst gar nicht mehr. Was war das Beste, was du hier aus deiner Kiste gezogen hast? Jonas, das war glaube ich ein, boah, es war irgendein, ein Fade Knife. Das hat, Trillux und Biber haben es sofort gesehen, ich glaube, es war 2000 irgendwas Euro wert. Habe ich auch im Skimbaron verkauft. Einfach gelackt. Ich würde mich über ein Format freuen, wo die Spieler ihre Vorbereitung für einen offiziell zeigen. Ist schwer. Du willst eigentlich nicht viel zeigen. Du fühlst vielleicht auch nicht wohl damit, das zu zeigen. Das kann man von den Spielern nicht so erwarten. Die, die das zeigen wollen, können das machen. Was ich zum Beispiel cool finde, ist, dass Kerrigan so die Voice-Coms von Facespielen ein bisschen später mal preisgibt, aber du gibst halt alles preis. Und das ist so ein bisschen schwierig. Wie interessant ist ein Streamer wie ohne Picture für Big? Ich glaube, sehr interessant. Würde gut zu uns passen. Gott sei Dank muss ich diese Themen nicht abarbeiten. Achso, ja, aber von uns kommen bestimmt mal Leute vorbei, aber da waren alle im Einsatz gewesen. Zester, FPLC-Legende. Grüß dich. Wie läuft das FPLC, Zester? Wir haben ewig nicht mehr geguckt, was ihr so treibt. Dreaming Hannover ist noch Meisterschaft-Finals, oder? Wurde es announced. Habe ich was gespoilert? Bitte lass mich nichts spoilern. Okay, Gott sei Dank. Gibt es einen offiziellen Bus oder Flieger für Big Fans nach Rio? Es wird einen Bus geben. Er wird 198 Stunden nach Rio fahren. Die Reisezeit zusätzlich auf dem Schiff beträgt noch mal sieben Wochen. Hier gibt es leider nicht. Das auch. Schwierig. Schwierig. Da so mit vielen Leuten hinzumachen. Paris nächstes Jahr Major. Da können wir drüber reden. Da werden wir was Cooles machen mit Roaring Beers. Ich habe manchmal Angst, dass ich irgendwas teasere, weil ich nicht teasern sollte. Okay. Also, ey, wir haben uns zwei Stunden einen abgequasselt. Wenn ihr wollt, haut mal noch so drei, vier, fünf Fragen raus und dann freue ich mich auch ins Bett zu gehen. Mein Kleiner wird morgen eins und müssen morgen früh noch ein bisschen was aufbauen und ich muss noch Geschenke mit einpacken, falls meine Frau es noch nicht gemacht hat. Ob es FVLC? Guckst du eigentlich beim Scouting nach Zerspielen auch in solchen Sololigen? vier schauen in solchen Sololigen. Klar. What about Santaris? Ismail Can. Good Abi. Always a good friend. Brother. Good player. Coolsteer Top 1. Ich glaube nicht. Ich wusste eh, dass du dich da wohlfühlst. Du bist gut genug dafür, Zester. Du bist auch ein Hardgrinder, das wollen die Leute sehen. Wie sind die Erwartungen für das Major? Ich bin's. Erstmal Challenger schaffen und dann schauen, was möglich ist. Wird schwer, aber ich glaube an die Jungs wie immer. Bin super happy, dass wir uns erstmal qualifiziert haben, aber wir wollen jetzt auch mehr. Also erstmal Challenger und dann schauen. 13 Jahre, krass. Das ist sehr interessant, ein Kind aufwachsen zu sehen und man will auch mit dabei sein. Die Zeit genieße ich. Endstar, danke dir. Dafür machen wir das. Ich mache es leider viel zu selten, das tut mir auch leid. Ist nicht so ganz einfach alles. Mit allen Big-Projekten, mit Kind und drum und dran. Eigentlich ist das so, ihr werdet mich nie irgendwo spielen sehen oder sonst was. Ich erzähle euch lieber, was so abgeht und beantworte eure Fragen. Und ansonsten ist das wirklich so das perfekte Format für mich. Ihr wollt mich ja auch nicht spielen sehen, glaubt mir. Locked Cam bei League, Mini-Aim bei CS, TFT nur mit TFT-Meter offen am Spielen. Nicht gut. Aber bei Danger Zone bin ich decent. Felix und Trillox würde ich verkloppen, wenn ich einen guten Partner habe. Könnte. Safe. 100%. Gibt es Sticker schon für Challenger oder 1. Legends? Gibt es auch für Challenger. Danke, jetzt ist er. Für die Schrankwand um die neue James-Bond-Schauspieler und erweitert werden. Rarifank weißt du schon was, was ich nicht weiß. Aber ich werde dann wahrscheinlich wahrscheinlich werde ich George Lessenby abhängen. Aber ich habe keinen Platz mehr für eine weitere Schrankwand. Also ist dann Ende. Ich bin Christian. Ich bin Christian. Wie ist es? Eine Kette, bitte. Und ein PAN TOSTADO mit Tome und Artur. Danke. hey, don't leave ich bin nicht wild am fliegen aber ich bin wild am scouten gute Position und dann hol ich mir die Pusher also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten denk dran glaubt an Josef unterstützt die Jungs in Rio wird ein heißer Tanz, wird auch schwer werden aber wir sind big wir sind Overtime, wir werden sehr viele knappe Gains haben aber wir spielen für uns alle hashtag gemeinsam ihr kennt die Standard Pauke bleibt gesund, passt auf euch und eure Mitmenschen auf und wir sehen uns bei der nächsten Coinbase Presse Konferenz in diesem Sinne, schönen Abend euch noch und danke fürs Zuschauen, macht's gut und danke und danke für die Untertitelung des ZDF, 2020